Und Stevie, bist du aufgeregt? Nein. Da seid ihr ja endlich, denn es wird höchste Zeit in gut drei Wochen, startet schon das große Finale in Lissabon, das ESC-Finale, es wird also höchste Zeit, dass wir gemeinsam in die heiße ESC-Phase starten und uns die 43 Kandidaten gemeinsam mit euch anschauen. Und damit ganz herzlich willkommen zum ersten Songcheck dieser Saison. Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich unfassbar auf diese Sendung, weil schon ganz viel Fuego in der ersten Sendung drin steckt. Ja, ich mich auch. Ja, Mikolas Josef aus Tschechien, Mitfavorit, Elina Necajeva. Über die reden wir später noch. Fangen bitte nicht davon an. Man kann sie nur lieben oder hassen und ich liebe sie. Und dann Bones von Equinox, Supergroup aus Bulgarien und natürlich Netta aus Israel, heimliche Favoritin und schon so ein bisschen, sie kann eigentlich die nächste ESC-Ikone werden. Warten wir mal ab, aber ich hoffe, dass natürlich neben all diesen Künstlern, von denen du gerade gesprochen hast, auch wieder Trickkleider dabei sind, Windmaschinen. Trommeln. Ja, vielleicht haben wir Glück und sind Trommler dabei, vielleicht ja auch eine polnische Butterstampferin, wer weiß. Lassen wir uns überraschen. Aber wir wollen ja auch ganz viel Neues sehen. Genau. Genauso neu wie hier im Studio. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Stefan ist jetzt da und Stefan hat so ein paar Kissen mitgebracht und so ein bisschen Vorhänge und du hast hier noch mehr dekoriert. Wir haben die ganze letzte Woche gebügelt. Stimmt. Jetzt sind die Vorhänge schön. Sie gut aus. Aber wir haben tolle Sachen hier. Lena, Jana Borczewska, letztes Jahr Heiratsantrag auf der Bühne im Semifinale. Du musst es ein bisschen höher halten, damit man es auch sehen kann. Ach, das war toll. Ihr ändert euch. Ganz viel ESC-Moment. Das ist Stefans ganz persönlicher ESC-Moment. Das war toll. Und dann, was ist das? Von Jamie Lee. Ja. Ein Öhrchen, was sie, genau. Das kann man auch immer wieder verwenden. Und ich habe von zu Hause auch ein Bild mitgebracht, das steht eigentlich auf meinem Nachttisch. Ihr werdet ihn bestimmt kennen. Donny. Donny dieses Jahr nicht dabei. Schade eigentlich. Aber natürlich hier bei uns im Studio dabei. Ich habe das schon gehört. Ja, und wir haben auch natürlich ganz viele Experten. Und zwar viel mehr als letztes Jahr. Ich glaube sogar mehr als Samorino-Komponisten hatten. Ungefähr 368 Experten haben wir dieses Jahr. Nein, wir haben selber fast den Überblick über unsere Experten verloren. Deswegen müssen wir die mal gemeinsam mit euch durchgehen. Den ersten Experten, den wir euch gerne vorstellen wollen, den werdet ihr wahrscheinlich an seiner Stimme erkennen. Es ist natürlich The Voice Peter Urban. Der darf nicht fehlen in unserer Expertenrunde. Genau. Wo kennt man sich mit Entertainment besser aus als auf dem Kiez? Deshalb haben wir Olivia Jones dabei. Und nicht nur sie, sondern ihre ganze Familie auch. Barbie und Lee und Vanity Trash. Und den nächsten Experten werdet ihr bestimmt als YouTuber kennen. Denn mit über zwei Millionen Followern auf YouTube ist Fresh Torke bekannt. Aber wusstet ihr eigentlich auch, dass er ein eingefleischter ESC-Fan ist? Und diesmal kommentiert er bei uns mit. So toll, dass er da ist. Wir haben aber auch die Instanz des NDR, muss man so sagen. Ja. Also Thomas Mohr ist eigentlich das Wissen hier im NDR für den Eurovision Song Contest und auch sozusagen der Chefkorrespondent für den ESC, für alle ARD-Radio-Bällen. Auch mit dabei ist ein ESC-Hardcore-Fan, sogar zwei. Wir haben gedacht, wir brauchen natürlich auch euch und stellvertretend für euch steht Ann-Kathrin in dieser Sendung. Und Sascha Gottschalk, der Sofa-Reporter, jedes Jahr dabei und jetzt hat er es in die Sendung geschafft. Hallo Sascha, schön, dass du mitgemacht hast. Ja, wird sicher auch heute mit kommentieren, ganz sicher. Ich glaube, würde es den ESC nicht geben, Stefan, dann würde er ihn erfinden. Natürlich darf er nicht in unserer Sendung fehlen. Jan Feddersen. Ja, das C in ESC, das steht für Konzi. So steht es auf seiner Webseite. Konzi ist das Ding-Moderator, Hardcore-ESC-Fan. Und bei uns, wir haben ihn geholt wegen der Zurückhaltung und Objektivität. Das werdet ihr gleich noch erleben. Wenn ihr euch jetzt fragt, 1994, wer hat denn da den 16. Platz belegt, dann kann er euch weiterhelfen. Dr. ESC Irving Wolter, der Arzt, dem die ESC-Fans vertrauen. Genau. Und dann haben wir die Siegerin der Herzen aus dem letzten Jahr, Levina, haben wir in London besucht und auch sie zu den Künstlern dieses Jahres umfragt. Und wir haben den Prince from the Block, Benny Benny vom Prince-Block ist dabei. Und, ach Alina. Stefan, sag's mir. König. Mensch. Mensch, Frisur, Lachen, Bart. Singer. Ja, und auch Musik-Experte, muss man sagen, er ist ja sehr, sehr aktiv, macht viel Musik. Und deshalb ist es toll, dass er dabei ist, Ross Anthony. Und dann wird es international bei uns hier in der Sendung. Oh my God. Oh, Cucumber. Äh, Avocado. Drimmer. Amazing. To the Moon and Beyond. I'm running out of work. Ach, das ist so schön, dass die da sind. Devin, Devin. Und William. William von den Vivi-Blocks. Wir haben es zusammengesagt, Stefan. Und William von den Vivi-Blocks. Eigentlich die, also die größte ESC-Seite. Ja, unsere größten Vorbilder, kann man sagen. All diese Experten sind hier in der Sendung mit dabei. Aber die schärfsten Kritiker, das seid natürlich ihr. Und deswegen sollt auch in diesem Jahr ihr wieder mitvoten. Das könnt ihr bei uns auf der Seite auf eurovision.de, könnt ihr für jedes Land Punkte vergeben. Aber noch viel wichtiger ist uns natürlich eure Meinung. Also schickt uns eure Fragen, eure Kommentare, eure Anmerkungen oder vielleicht auch eure Korrekturen, wer weiß, mit dem Hashtag Songcheck über die sozialen Plattformen, die wir haben, über die Seite, über Facebook, über Twitter, wie ihr mögt. Und dann können wir hier im Studio darüber sprechen. Und es gibt auch noch so ein kleines Tool, was die Redaktion sich ausgedacht hat. Ein neues Tool. Ein neues Tool, was für uns ganz nett ist. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das für uns nett ist. Das war auch ein bisschen euphemistisch gemeint. Also, genau, wenn ihr auf eurovision.de geht, eurovision.de, dann kann man da kleine Herzchen vergeben. Und wenn Alina mal was Kluges sagt, was selten vorkommt. Nein, du sagst die Hälfte der Sachen, die du sagst. Ja, mal gucken, warte mir mal ab. Wie sind die Sätze noch? Auf jeden Fall kann man dann ein kleines Herzchen für Alina vergeben oder auch, könnte auch ein Herzchen für mich vergeben, liebe Brüder, liebe Freunde, die hoffentlich alle zugucken. Liebe Brüder, liebe Schwestern. Genau, der Gewinner bekommt Ruhm und Ehre. Ja, und der Verlierer, das ist ja der Clou an der Sache, das hat sich unsere Redaktion netterweise für uns ausgedacht. Der Verlierer, also der, der am wenigsten Herzchen von euch bekommt, der muss eine Strafe machen, eine kleine Aufgabe. So wie ich unsere Kollegen kenne, das ist, glaube ich, eher eine Strafe. Die kennen uns ja ziemlich gut. Ich stehe auf Strafen. Das bringt überhaupt nichts, wenn ihr mich, wenn ihr, Alina, du musst das machen. Es ist doch viel lustiger, wenn Stefan sowas macht. Also ihr kennt ja Stefan, das ist doch, also von daher, schenkt mir bitte eure Herzen, dann sehen wir, was Stefan in der nächsten Sendung als kleine Strafe machen muss. Schenkt Alina eure Herzen, dann wird es nicht so, dann wird der Abstand nicht so groß. Ne, wir werden immer mal den Zwischenstand uns angucken. So, haben wir alles organisatorisch geklärt? Seid ihr soweit, habt ihr euch auch was Nettes zu essen hingestellt? Wir haben so einen tollen Käseigel, wie soll es auch anders sein? Und ein bisschen Blubberwasser. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Werden wir gleich mal testen, ob das echt ist oder nur eine Attrappe. Der Käseigel ist auf jeden Fall echt. Wir sind im Internet, wir dürfen echte Sachen machen. Wir sind im Internet. Los geht's. Wir fangen mit dem ersten Land an, ja, mit dem ersten Halbfinale. Sie will zum Mond, sogar bis an die Spitze. Aber bevor sie das schafft, muss Aizel erstmal durchs erste Halbfinale durch. Und die Soul- und Jazzsängerin, die ist da relativ zuversichtlich, denn sie singt Ich bin stärker als Kanonenkugeln. Und mit Cross My Heart will sie Aserbaidschan ins Finale führen, mindestens. Aber eigentlich will sie ja bis zu den Sternen. Aserbaidschan findet das erste Halbfinale. Was denkst du? Ich finde, das ist ein super Platz 1. Also ich glaube, man kommt gut in die Sendung rein. Ich finde es auch catchy, muss ich sagen. Also der Refrain, okay, A-A-A, ist jetzt vielleicht nicht die Krone der Textdichtung. Aber auf jeden Fall bleibt es doch im Ohr. Ich mag es. Ja, es ist okay. Du bist nicht so ein Fan? Nee, eigentlich nicht. Also ich finde dafür, dass es Aserbaidschan ist, die schon viele interessante Sachen geliefert haben, fühlt es sich an wie ein Song, der auch vor sechs Jahren beim ESC hätte laufen können. Also es ist natürlich nett, es ist catchy und es wurde ja auch nochmal gerevamped, der Song. Aber es ist so, es ist nichts Besonderes. Ich hätte ja gedacht, dass du das anders siehst, dass du es auch so siehst wie ich, weil ich weiß, dass die Experten eher positiv gestimmt sind, oder? Das ist immer ein bisschen was Schnelleres, ein bisschen was von vorne geht und gefällt mir gut. Also siehst du, sie erkennen sogar ein bisschen was Dressiges da dran. Ja, also muss man ja sagen, das erste Mal als Aizell in Erscheinung getreten ist, das war das auch in so einem Video in Baku, wo sie so Pop-Jazz gesungen hat mit einem Gitarristen dabei. Ich dachte so, okay, klingt cool, könnte interessant sein. Und dann kommt halt so ein relativ banaler Electronic Dance Music Track dabei raus, der natürlich irgendwie nett ist, aber der im Vergleich zu dem, was wir gleich noch hören werden, schon ein bisschen abstinkt, muss ich sagen. Und ich bin auch nicht der Einzige, der das denkt. So. Ich bin sehr enttäuscht. Finde ich nicht gut. Ist ein Song, der, glaube ich, unter den Massen untergehen wird. Ein bisschen langweilig auch im Durchschnitts-Ami-Pop. Ich glaube nicht, dass sie diesmal sehr weit kommen damit. Sie kommen wahrscheinlich wieder unter die Top Ten. Das liegt aber auch an den Freunden, die sie gerne haben, aber sonst höher wird es nicht gehen. Dahinter steckt wirklich eine Eurovisionsagentur, die sich um Vermarktung, um Textur und so weiter und so weiter kümmert. Aizell singt trotzdem eines der schlechtesten aserbaidschanischen Lieder ever. Da helfen ihr ihre flockig wehenden Haare auch nicht weiter. Ich muss sagen, dass ich den Text ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe. Also dieses Luna, Moon, Me Up, was das genau bedeuten soll, keine Ahnung. Es gab bei den Vorentscheidungen auch so viele Songs mit Wrecking Balls. Sie benutzt jetzt einen Cannonball. Sagt mal, Kinder, fällt euch nichts anderes für die Texte ein? Also einfach mal Wörterbuch aufschlagen und gucken, was da sonst noch drin steht. Das hilft vielleicht. Ist ja jetzt nicht ganz schlecht, aber es ist irgendwie so wie mit Ja oder Gut und Günstig Hackfleisch. Nur weil es da ist, muss man es ja noch lange nicht kaufen. Naja, sie hat ja das Wörterbuch aufgeschlagen, ist dann aber bei A, A, A stehen geblieben. Also ich glaube, in Irving spielen wir Bullshit-Bingo, wenn der Song läuft im Halbfinale. Das wäre schön. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, textlich. Also Luna, Moon, Me Up. Ehrlich gesagt muss man sagen, hier in Hamburg singt man das nach Mitternacht auf dem Kiez. Weiß dann auch nicht, was es bedeutet. Aber klar, das ist jetzt vielleicht, da gibt es andere Texte. Tale and By The Stars, so wie du. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Was möchtest du eigentlich trinken? Ich habe hier so drei Gläser vor mir steht. Ja, gut. Man muss aber sagen, das hatte Jan gerade angesprochen, dass dahinter ja tatsächlich wieder ein hochkarätiges Produzententeam steckt. Dimitris Kontopoulos, den kennt ihr wahrscheinlich noch von Sergej Lazareff, den Produzenten, Entschuldigung, und die Schwedin Sandra Björmann, die Skeletons letztes Jahr für die Hatsch produziert hat. Also da hat Aserbaidschan versucht, nach den Sternen zu greifen, aber für Stefan ja nicht hoch genug, offensichtlich. Für dich offensichtlich schon. Ja, und wenn man schaut, was ihr schreibt gerade hier, Loic Lava schreibt, guck mal, allein wegen des Namens, deswegen muss man schon mal vorlesen, das war so toll in Österreich. Zu sehr auf ESC getrimmt, auf das, was die Leute wollten können, zu gewollt. Und, ja, jetzt nimmst du mir das weg. Na, ich nehme dir das nicht weg, ich will nur, dass du ein bisschen besser gucken kannst. Mega, JK97, Aserbaidschan ist langweilig. Es ist weder Fisch noch Fleisch und trotzdem nicht mal für Veganer eine Option. So, so sieht's aus. Großartig. Ja, okay, das ist offensichtlich eher die Meinung auch in der Community. Und der Song, wie gesagt, der wurde ja noch gerevamped. Also Tim Brann, der mit Blanche letztes Jahr produziert hat und auch für London Grammar sogar gearbeitet hat, hat dem Song etwas mehr Modern, etwas mehr Now verliebt. Und das hat auch gut funktioniert. Ich finde, er ist sehr viel besser geworden, aber es ist immer noch, im Vergleich, wie gesagt, zu dem, was noch kommt, ein bisschen langweilig einfach. Ja, gut, also ich bin ja auch nicht, ich würde jetzt, glaube ich, auch keine zwölf Punkte vergeben, dazu kommen wir gleich noch. Aber hier schreibt Dodo in unserem Chat, man hätte zwar etwas anderes von Aiselle erwartet, weil sie ja eben als Jazzsängerin bekannt ist, aber die Abtempo-Nummer, die sie uns präsentiert, ist auch nicht schlecht. Ein typischer ESC-Song, der es mit Ach und Krach ins Finale schaffen wird. Also zumindest Dodo ist der Meinung, fürs Finale reicht es auf jeden Fall. Wie wird wohl das Bühnenbild? Ja, wie wird das Bühnenbild? Ich glaube, der ORF hat noch einen Mond rumliegen. Ja, stimmt, der von Nathan trennt. Und da könnte sie da vielleicht auch aus der vorherigen Saison so eins dieser weißen Brautkleider, die doch in der letzten Saison so in waren, tragen. Ah, das wäre toll. Das kann man schon schön inszenieren. Sie im weißen Brautkleid auf Nathans Mond. Ja, da muss ich meine Punktevergabe nochmal revidieren. So, Alina. Warst du böse, Stefan? Mittelmäßig. Wollen wir mal auf die Punkte gucken? Gucken wir auf die Punkte. Ich bin sehr gespannt, wie viele Punkte du Eise gibst. Null? Nein. Nein, ich gebe fünf Punkte. Ich auch. Wow. Wieso das denn? Du fandest es doch so toll. Naja, also das war ein ganz... Du bist aber kritisch. Naja, ich wollte auch... Also sei doch mal nett. Entschuldigung. Ich dachte, ich rechne jetzt mit zwei Punkten bei dir. Nein. Na gut, dann müssen wir nochmal unsere Maßstäbe so ein bisschen anpassen. Also fünf sind für mich... Aber wir haben es alle gemeinsam gut getroffen. Denn ihr gebt, Eisele, 5,7 Punkte. I love my heart I'm stronger than cannibals I'll never stop, ah, 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 ah Luna, moon me up to the top And I'll never stop, ah, 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 ah Luna, moon me up to the top I cross my heart So, jetzt geht es um große Gefühle, Alina. Ja, ich freue mich drauf. Gleich zu Beginn der Sendung geht es um alles. Freust du für große... Ja, natürlich, große Gefühle, dafür sind wir doch hier. Kurathon. Kurathon. Different voices and peoples and places by inside, we're all the same. Genau. Es geht aber, also auch wenn wir inside all the same sind, muss der Musikgeschmack nicht gleich sein. Aber dazu mehr. Erstmal reden wir über Island. Die schicken uns Ari Olafsson mit Our Choice. Ja, ich freue mich. Oh, er ist so süß. Aber das Lied ist so... Ah, ich will es nicht sagen. Entschuldigung, aber wir können das Licht ausmachen und schlafen gehen. Gute Nacht, Island. Oh Gott, ich glaube in Island, da gibt es ja so eine Attraktion, die Blaue Lagune, da wird der Song gespielt. Unter Wasser. Oh, Stefan. Nein, er ist wirklich, er ist ja, man guckt ihm schon gerne zu. Er ist so süß und so freut sich so sehr, auf der Bühne zu stehen und vor allem zu singen. Ähm, und dann ist das so ein Schnarch-Lied. Was ist denn da passiert? Ich weiß es nicht. Fragen wir mal unsere Experten, vielleicht wissen dies. Vielleicht wissen dies. Ah ja, aus, 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 aus. Nee, äh, äh, sorry Island. Die Schwiegermütter werden ihn mögen, aber ich glaube, das wird, äh, eher nichts. Jedenfalls kann er singen, obwohl manchmal live werden wir sehen, ob er auch die Töne voll trifft. Aber der Song ist nun echt so eine richtig schnarchige Ballade. Ich glaube, Island wird nicht weit damit kommen. Das Lied ist von wirklich, ähm, verblüffender Langeweile und ähm, er singt nicht mal besonders schön. Aber ich mag ihn irgendwie, weil er so, wie so Mauerblümchen aussieht. Und ich finde, der sollte ins Finale kommen. Glaub aber nicht, dass das wirklich packt. Ja, zu dem Song fällt mir gar nicht so viel ein, außer, dass er echt auch so eine, ähm, DSDS-Gewinner-Performance sein könnte. Zu glatt, zu kalkuliert, wie er sich angezogen hat, so als hätte Mama ihm das noch rausgelegt morgens so schön vor seinem Auftritt. Die Haare, auch dieses Dauergrinsen dann, hier liebt mich, ich liebe euch alle. Äh, nein. Ich habe gelesen, dass in Island die Kids, Ari ist 19, bis 20 nicht in die Kneipe dürfen und auch kein Alkohol trinken dürfen. Nicht, dass Drogen gut wären, aber er könnte wirklich ein bisschen frecher sein. Ein bisschen mehr gegen den Strich und nicht nur das, was politisch gewünscht und gewollt ist. Äh, schwierig. Ich finde, das ist so ein bisschen heal the world und ganz, ganz schlecht. Also, wenn die 3a der Gesamtschule Leinfelden-Echterdingen mir einen Céline Dion-Song auf der Blockflöte performen würde, dann fände ich das ergreifender als sein Gejaule. Das Einzige, worüber wir reden können, ist vielleicht Samtsmoking, aber das war es dann auch gewesen. Bitte abräumen, danke. Autsch. Autsch. Aber der Samtsmoking ist toll, Stefan. Übrigens auch bei dir. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt hier. Es fühlt sich auf jeden Fall... Hashtag war ich wie eine Babykette. Wie ein kleiner Welpe. Oh, ihr seid so lustig. Ich muss einfach... Wir müssen einfach mal erstmal ein paar Community-Kommentare vorlesen. Ja, auf jeden Fall. Der kleine Ari möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Oh. Ein Kommentar zu Island. Willkommen beim ESC 1986. Hier, Billy schreibt, um an Ari Olofsson trifft beim ESC bestimmt viele coole Leute, aber die Töne leider nicht so wirklich. Tja, hab ihm aus Versehen zwölf Punkte gegeben, fühl mich wie ein Schwerverbrecher. Gott. Oh, das ist gemein. Wir haben ja noch ein paar Lieder zu bewerten. Es ist wirklich, es ist so gemein, weil er war so niedlich. Er hat sich so gefreut, dass er gewonnen hat. Ja, das stimmt. Er hat sogar Tränen vergossen. Ja, da sind die Tränen geflossen und danach, das ist ja das Gemeine, wurde im Netz dann darüber abgelästert. Aber das Schöne ist in den sozialen Netzwerken, da gibt es ja dann auch gleich eine Gegenbewegung mit dem Hashtag WeAllCry. WeAllCry. Gab es dann aufmunternde... Together we can ease the pain. Together we can ease the pain. Ja, und das scheint ja auch geholfen zu haben. Er lächelt ja auch schon wieder. Aber man muss auch sagen, es gibt auch eine emotionale Geschichte zu der Komponistin. Die Torun Erna Clausen heißt sie, die den Song geschrieben hat, war schon mal beim ESC 2011. Da war es so, dass im isländischen Vorentscheid ihr Mann eigentlich teilnehmen wollte. Und der ist kurz vor dem Vorentscheid gestorben. Und dann hat sie ein Lied geschrieben, Coming Home, hieß das. Und das hat dann eine Gruppe von Künstlern gesungen, die sich Sjonis Friends genannt haben. Und die sind dann, ich glaube, in Düsseldorf auf Platz 20 gelandet. Und jetzt ist sie eben wieder mit dabei, wieder mit so einem gemeinschaftlichen... Together we can... Together. Wie war das? Heal the pain? Oder ease the pain? Aber wahrscheinlich wird das nicht ganz viel ankommen. Man fragt sich, was ist los bei den Isländern? Ja, na du weißt es doch. Du kennst doch die. Ich weiß es nicht. Du kennst die doch alle. Aber abseits von Björk, die immer erwähnt wird, gibt es in Isländern. Ich war vor zwei Jahren bei einem Musikfestival in Island, dem Island Airwaves. Und da waren so... Das war so krass. Da waren so viele tolle isländische Bands auf einem Haufen. Und warum landen die nicht beim ESC? Warum? 44.000 Stimmen hat Ari bekommen. Ja, das fragen sich wahrscheinlich viele Länder für sich. Ich glaube, das ist so, weil die Isländer einfach so aus Großfamilien bestehen. Es ist ja so, dass ich glaube, 70% der Isländer stammen von einer Familie ab oder so. Oha. Du meinst, die haben alle anrufen, die haben einfach eine Familie alle angerufen. So wie deine Brüder jetzt alle abstimmen für dich im Internet wahrscheinlich gerade. Ja, genau. Und also... Ja, es gibt halt... Es gibt auch Künstler, ich hoffe auf nächstes Jahr... Also letztes Jahr im Vorentscheid, da sind die zwei Platzierten. Das war eine richtig tolle Band. Wer war das? Die haben auch dieses Jahr wieder... Ja, die kann ich nicht aussprechen. Dao Feir oder so schreiben sie sich. Aber es ist isländisch. Ja, schwierig. Ja, und die haben dieses Jahr auch wieder beim Vorentscheid mitgespielt, außer Konkurrenz und sind frenetisch bejubelt worden. Meine Hoffnung ist, dass sie nächstes Jahr antreten und dann wird es ein bisschen wie Polar Punk vielleicht. Ja. 2014 und einfach ein bisschen, ja, isländischer und ein bisschen interessanter. So, naja. Oh Gott, also ich gucke gerade nochmal hier in unseren Chat. Marcellos schreibt, letzter Platz im Halbfinale. Schon mal so im... Och, wir haben noch einen Kandidaten. Ja, wir hätten, da könnten da noch jemand vorschlagen. Und ESC-Fan schreibt, meine Güte, Highschool-Musical auf isländisch. Da sind wir uns ja alle einig. Ja. Was bedeutet das denn in Punkten? Warst du wieder richtig... Also wir wissen, wir haben ja unterschiedliche Definitionen von fies offensichtlich. Och, guck mal. Also das nenne ich richtig fies, Stefan. Zwei Punkte. Besser als null. Ja. Und du hast drei gegeben. Ja. Ja, weil er ein netter, sympathischer 19-jähriger Sänger ist, der ja gerade erst seine Karriere startete. Aber wir liegen schon wieder komplett auf einer Linie. IG, Island, 2,9 Punkte. Ja, wir sind ja alle einig. Ja, wir sind ja alle einig. Albanien, das bedeutet ja klassischerweise kreischende Frau mit Powerballade. Normalerweise, aber nicht in diesem Jahr. Denn in diesem Jahr schicken die Albaner einen kreischenden Mann mit energetischer Rockballade. Eugend Buschpepper will für Albanien ins Finale mit Mal. Eugend Buschpepper 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 Es ist in Landessprache. Von 4,5 Minuten musste er runterkürzen. Das wird ihm wohl getan haben. Vor allem hat man die Gitarren rausgeschraubt. Ich glaube, das hat dem Song nicht so gut getan. Ich hätte gerne mehr Gitarren gehört. Dann wäre es eine richtige Rocknummer. Richtig schade, dass die Gitarren ... Mit Ungarn kann man es nicht vergleichen. Das muss ich ihm recht geben. Das stimmt. Kommen wir zur Punktevergabe. Ich bin gespannt, was du gibst. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Du gibst sieben Punkte. Sieben Punkte ist doch gut. Und ihr gebt durchschnittlich ... Ich sehe es gar nicht. 5,2 Punkte für Albanien. So, jetzt kommen wir mal zu einem Song, der schön ist. Alina, dreimal waren wir ein bisschen gemein. Aber beim nächsten Song werde ich schon ganz hibbelig. Er kommt aus Belgien. Belgien hat dreimal hintereinander richtig tolle Künstler zum ESC geschickt, die sowohl von der Performance als auch vom Song als auch von der Art, wie sie waren, richtig gut waren. Und dieses Jahr ist es nicht anders. Szenik kommt und es ist nur eine Frage der Zeit. A matter of time, bis Europa sich in sie verliebt. Das ist toll. Da ist sie doch, die Bond-Hymne. Endlich. Nur weil da eine verminderte drin ist. Ich finde, das könnte gut im Kino laufen. Ja. Ich finde, es ist viel mehr als eine Bond-Hymne. Was ist das für dich? Es ist schon ein richtig schöner Song. Wenn ich nach Hause komme heute nach der Sendung, dann chill ich mich auch sofort und hör das. Ich dachte, du lässt dir noch eine Badewanne ein. Ja, mal gucken. Das würde auch passen. Oder ich fudder ein paar Chips. Es ist wirklich so ... Die Stimme von Szenik fließt so wie Honig in die warme Milch, die Stefan sich jeden Abend kocht. Das ist ein richtig super Song. Sie singt total gut, finde ich. Er ist richtig gut produziert. Also zum Beispiel die Drums im Refrain. Es ist wirklich modern gut. Und es ist auch noch ... Man prägt sich sofort ein. Man hört die erste Textzeile und merkt sie sich. Also ich glaube, der wird ganz weit vorne landen. Hören wir mal, was unsere Kritiker dazu sagen. Ist für mich die coolste dieses Jahrgangs. Sie steht da, als ob sie nichts berührt. So ganz, so halb angetaut. Und ... Also man könnte sagen, so Gefühle in der Vorfrische eines beginnenden Frühlings. Aber das ist ein Lied, das will man unbedingt immer wieder hören. Also ich wünsche mir ganz weit oben. Also wenn ich heute noch ein Labdance machen würde, ich würde diesen Song ... Das Video gefällt mir sehr gut. Ihre Stimme ist echt schön. Also auf jeden Fall ein sehr gutes Lied, finde ich. Jurypunkte wird es, glaube ich, bekommen. Das ist mein Lieblingssong. Und wenn ich mich unbeobachtet fühle, mache ich Gesten, die ich jetzt vor der Kamera nicht unbedingt machen möchte. Also Echos, Echos und ... Ah, ja, ihr könnt das euch vorstellen. Only a matter of time till Europe falls in love. She can sing. Excellent. Romance. Cinematic. Editorial. Visual. Conchita Verse rise like a phoenix realness. Die Stimme ist toll, aber mir ist das Lied ein bisschen zu dark. Erinnert mich sofort an Dido. Das ist ein schönes Song. Das Video an sich ist toll, schön gemacht. Sie sieht wunderbar aus, aber ich finde ihre Stimme nicht kräftig oder stark genug, dass sie die Krone dann nach Hause nehmen konnte. Ja, die Krone wird sie wahrscheinlich eher im Dschungel nach Hause nehmen. Na, 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 na. Wir haben keine Krone, wir haben doch ein großes Glas-Mikrofon. Das stimmt. Also man sieht es ja auch so, finde ich schon auf dem Foto, was hinter dir ist von Zenik. Sie inszeniert sich einfach auch toll. Sie weiß ganz genau, was sie tut. Sie arbeitet ja auch, sagt sie auch überall, als Visual Designerin in einem norwegischen Möbelhaus. In einem finnischen, in einem großen skandinavischen Möbelhaus. Ja, also sie hat ein Auge für Ästhetik, für Design und für sich selbst ja auch. Irgendwie, du hast den ganzen Instagram-Feed durchstilbert. Ja, ich stockte sie natürlich. Muss man ja. Wir sind ja auch... Ja, also ich weiß nicht, ob man das muss. Oder ob das auch ein bisschen privates Ambisement ist. Sie hat einen sehr tollen Insta-Feed, der sehr durchgestylt ist. Und auf jedem Bild trinkt sie ein Glas Wein. Das finde ich ganz lustig. Es ist komplett schwarz-weiß und eben sehr gut inszeniert einfach. Also sie weiß schon, wie sie sich darstellt. Und deshalb jetzt auch, wenn man sich die letzten Performances angeguckt hat. Blanche war deshalb so sensationell. Die war eigentlich ein 18-jähriges Mädchen. Wenn man mit ihr gesprochen hat, hat man das auch gemerkt. Aber auf der Bühne kam sie, fand ich, so gut rüber. Und zwar so durchdacht, wie sie Blanche da eingesetzt haben. Wenn man, ne, wenn Dieter Bohlen hätte gesagt, so, ja, mach ich so, tupse da rum. Und das wäre halt einfach... Da wäre der ganze Song verloren gewesen. Und ich glaube, mit ihrem Verständnis von visuellen Eindrücken und auch dem Verständnis, was die Belgier haben... Ja, die haben einen richtigen Run, ne? Wird das toll. Obwohl der Vorentscheid ja immer, beziehungsweise das ja aufgeteilt ist in Belgien. Das ist ja nicht immer das gleiche Team, was jedes Jahr den Künstler schickt. Ja, Alina, es ist nicht immer das gleiche Team. Nein, ich sag das ja, weil du weißt ja, wie das ist. Also, genau, in Belgien gibt es ja die Flamen und die Wallonen und die teilen sich das immer auf. Und dieses Jahr sind, glaube ich, wieder die Flamen dran. Und obwohl sie sich das aufteilen, dass unterschiedliche Senderanstalten sind, schicken sie immer so tolle Künstler. Was ist das Geheimnis? Man weiß es nicht. Es ist wie Bulgarien auch. Was ist das Geheimnis von diesen Ländern? Das würde mich mal interessieren. Mich interessiert. Vielleicht habt ihr eine Idee? Schreibt es uns. Mal gucken, was da an Kommentaren bei dir gerade schon auflaufen. Der Song von Senek ist so gut, dass er einfach überall hin passen würde. Erst recht auf die ESC-Bühne, schreibt Herr von Berg oder Dodo. Der Song von Senek ist zu. Ach, Lust. Ja, die ist ihn einfach nochmal vor. Kippi schreibt, echt cool, aber ein bisschen überbewertet. Hm. Hm. Ich bin total gespannt, wie das inszeniert wird. Vor allem seitdem ich gehört habe, wer das inszeniert. Ihr werdet ihn alle kennen. Hannes, nee, Hans, Pannekuke. Wahrscheinlich habe ich es jetzt falsch ausgesprochen. Es ist ein belgischer Produzent, der schon 2014 für das Bühnendesign der Common Linditz verantwortlich war. Da würde man jetzt erstmal wahrscheinlich denken, schön. Und dann habe ich aber auch weitergelesen, dass er auch für Manel Navarro für den spanischen Beitrag letztes Jahr verantwortlich war. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die Surfboards. Aber Manel hat fünf Punkte bekommen. Ich bin mir nicht so sicher. Ach, du meinst das für das Staging, ja? Er hat sich nicht für den Song bekommen. Und auch nicht für seinen Gesang, muss man sagen. Ja, mal gucken. Also das heißt ja gar nicht. Ich glaube, das geht toll. Jeder Geschmack ist ja auch anders. Aber das wird bestimmt sehr hymnenhaft. Ja. Sehr auf den Künstler, so ähnlich wie bei Blanche, könnte ich mir vorstellen. Gucken wir mal. Wie viele Punkte hast du denn gegeben, Alina? Da muss ich selber mal schielen. Ach, genau so viel wie ich. Guck mal. Ist doch schön, dass wir auch mal auf einer Linie sind. Ja. Aber wahrscheinlich nur einmal an diesem Abend, das kann ich schon sagen. Nein, es kommen noch mehr Songs, die wir beide gut finden. Okay. Wie viele Punkte gab es denn überhaupt von Unternehmen? Ihr habt, ähm, Blanche wollte ich schon sagen. Ihr habt Stanek 7,2 Punkte gegeben. Ja. Ja, es gibt Künstler, die würden alles tun. Um einmal beim ESC mitzumachen. Die bewerben sich jedes Jahr für ihr Land, um dann ausgewählt zu werden. Und dann klappt das vielleicht beim vierten oder fünften Mal oder auch nie. Und dann gibt es die Künstler, die kriegen das Ticket und sogar den Song quasi auf dem Silbertablett angeboten. Und die lehnen ab. Und so war das bei Mikolas Josef letztes Jahr. Der hätte schon vor einem Jahr mit My Turn nach Kiew fahren können. Hat dann aber gesagt, na nee, das ist irgendwie nicht mein Sound. Ein Jahr später hat er seinen Sound jetzt gefunden. Und diesmal fährt er für die Tschechische Republik mit Lie to Me nach Lissabon. Das war's. Er klatscht hier um ins Gesicht. Darf ich auch mal? Unmotiviert. Nein, er klatscht nicht unmotiviert. Nein, doch. Bevor wir über den Song reden, interessiert uns, was ist eigentlich in seinem Rucksack drin? Er läuft überall nur mit Rucksack auf, wie Kanye West. Hat er eine Idee, schreibt es uns, weil wir zerbrechen uns schon seit Tagen den Kopf. Aber ich finde das wirklich toll. Habt ihr das Mädchen in der Badewanne gesehen? Das bin ich, wenn der Song läuft. Wirklich, ich finde es richtig, richtig gut. Modern. Ja, modern. Besonders, ja. Besonders, ja. Auf jeden Fall, oder? Is got vibe. Of course. Was sagen denn die Bibi-Blocks? Nein, mit denen sprechen wir später. Vorher haben wir uns erst mal bei den Menschen umgehört, die tatsächlich Fachverkäufer für Unterhaltung sind. Wir haben mal auf dem Kiez nachgefragt, was haltet ihr eigentlich von Mikolas Josef? Das ist gar nicht so schlecht, das klingt so ein bisschen international, so Justin Bieber mäßig. Und weckt bei mir so ein bisschen auch so ein Mutterinstinkt. Aber das ist funky. Und er erinnert sofort an Justin Bieber, Justin Timberlake. Bisschen Blumas. Ja, sind auf jeden Fall Ähnlichkeiten zu finden. Aber wenn der Kopf nickt und die Füße wippen, ich würde sagen Daumen hoch. Ja, und wenn sie dann anfangen für sich selber zu klatschen. Ich hab nur drauf gewartet, so ein Justin Bieber-Ding. Und das macht natürlich die ganzen Teenie-Mädels wuschig. Der ist ja nicht schlecht, der kann sich richtig gut bewegen, sieht gut aus, hat gute Zähne, gutes Gebiss. Toll. Ja. Nein. Vanity-Trail ist so toll. Ja. Was hat sie für ein Minenspiel? Woher kommt das? Wie war? Das würde ich gerne wissen und auch können. Ja, also den Hardcore-Entertainment-Test auf dem Kiez, den hat Mikolas Josef schon mal bestanden. Ja, das kann man so sagen. Genau, und jetzt wollen wir aber auch wissen, was William und Devin sagen und alle anderen natürlich auch. Ich find die Nummer sehr modern. Das find ich cool. Sehr modern. Ich find Eid sehr, sehr charismatisch. Und das sind schon mal zwei Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Und das Song funktioniert auch. Deswegen, ich sag mal, ich sag mal Top, platzt vier. Und alle, die dann immer so sagen bei ESC, oh nee, das ist jetzt nicht so meins, die würden vielleicht auch mal ruhig gestellt werden. Deswegen bin ich sehr dafür, dass dieser Mann gewinnt. Würde ich zu tanzen auf jeden Fall. Er macht so den kleinen Macho und hey, ich kann alle kriegen. Und man hat ja auch noch mal so ein bisschen seine, seine Texte noch mal ein bisschen jugendfreundlicher umgeschrieben. Funky. Sexy. Young. Dirty. Youthful. Thrusting. Give it to me now. Ja, there's something about this. People say it's Jason Derrilla. I disagree. This is original to him. It's cool. He's got a trumpet. How big is his trumpet? He's got a bamboo wood. Der Song ist echt gefährlich. Also wenn man den nicht richtig performt, glammiert man sich wahnsinnig. Aber ich muss sagen, er kann singen. Er kann wirklich singen. Also er war in Radioshows und hat gerappt und gesungen. 1A. Also wirklich, wirklich gut. Ja, jetzt kommt Stimmung in den Laden. Das finde ich großartig. Er kann gut singen. Er sieht smart aus. Er ist witzig und sympathisch. Das finde ich wirklich richtig gut. Und ich behaupte, das kommt in die Top 3. Das ist eine Art Schwiegersohn auf elektrisch aufgefüllten Noten. Das gefällt mir gut. Bayern weiß man nie so genau. Ob es ein Kompliment ist oder ein Arschtritt. Ich glaube, das war ein Kompliment. Ich glaube auch. Also auf jeden Fall gibt es hier viel Lob schon von euch. Celeste schreibt, das heißeste Eisen, das Tschechien je im Feuer hatte. Das wird definitiv in der vorderen Tabellenhälfte landen. Mo schreibt, Megasong, leicht provokative Gesten. Toller Song. Das Gesamtpaket passt einfach. Top 10. Ich habe eben noch was anderes gelesen. Hier schreibt einer von euch. Er hat nur F-Punkt geschrieben. Mein Favorit. Besser geht's nicht. 12 Punkte. Wow. Das ist einfach toll. Und was so krass ist. Ich glaube, Michael ist es bis 22, meine ich. Und er hat den Song größtenteils selber geschrieben. Er hat selber Regie beim Video geführt. Das Kamel war wahrscheinlich auch seine Idee, was da im Video auftaucht. Vielleicht ist das Kamel in meinem Rucksack dabei. Der Bruno. Das Kamel heißt Bruno. Wir haben leider hier noch nicht so viel Auflösung von euch bekommen, was ihr glaubt, was in dem Rucksack drin ist. Aber kommt vielleicht noch. Und es ist, finde ich, schon eine richtig gute künstlerische Leistung. Und es ist auch eine künstlerische Leistung, wie du schon gesagt hast, den Song abzuleben. Einfach zu sagen, mach ich nicht. Ja. Also der weiß, glaube ich, ganz genau, was er will. Eine gute Ablegung. Wie er es will. Er hat den Song selber geschrieben. Er musste ihn sogar noch ein bisschen umschreiben, weil die EBU gesagt hat, na, 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 das ist aber nicht jugendfreundlich, was du da, oder das reicht uns nicht, wir müssen das ein bisschen entschärfen. Ja, und ich meine, wenn man sich Tschechiens ESC-Historie anschaut, sind sie, also bis 2015, kein einziges Mal ins Finale gekommen. Und 2016 sind sie dann ins Finale gekommen, haben da den 26. Platz belegt. Also vor diesem Hintergrund ist es schon nicht schon richtig, richtig toll, was sie schicken. Auch wenn es natürlich, es gibt so Menschen, die sagen, es ist ein bisschen von Jason Derulo geklaut. Ja. Wird hier auch grad geschrieben. Hier hat jemand... Also ein ganz bisschen vielleicht. Eine Mischung aus Justin Timberlake, Jason Derulo und Ed Sheeran. Ja. Aber wo kommt denn da Ed Sheeran rein? Ich glaube Snoop Dogg ist auch noch dringend. Snoop Dogg ist auch noch dringend. Ja. Ich finde es ganz interessant, er war doch Model vorher, ne? Er hat gemodelt und geschauspielert, er hat schon alles Mögliche gemacht. Hat dann aber gesagt, das Modelleben ist ihm zu oberflächlich. Und da würde ich sagen, herzlich willkommen beim ESC, da bist du ja genau richtig. Nein, aber ich glaube, der geht ganz gut seinen Weg. Der hat gerade einen Riesenvertrag bei Sony, einen internationalen unterschrieben. Könnte auch ein Schatz. Vor dem ESC jetzt, also vor dem Halbfinale schon. Ich glaube, das läuft für ihn privat auf jeden Fall ganz gut. Sollen wir mal überlegen? Mich interessiert jetzt Stefan. Was? Mich interessiert, wie es für uns beide läuft. Ach so, der Herzchenstand. Wahrscheinlich haben wir noch keinen Vertrag angeboten bekommen, aber wir hoffen, dass wir ganz viel Liebe von euch bekommen haben. Tatsächlich. Gibt es einen Zwischenstand? Was? 49 zu 51? Oh Gott! Tja, Stefan. Das hat dann einer deiner Brüder auch mal bei mir geklickt. Nein. Liebe Familie, wir müssen es weiter Herzchen geben. Bitte, bitte. Das ist so viel lustiger, wenn du das machen musst, Stefan. Die haben sich sicher furchtbare Sachen ausgeladen. Oh Gott, ich habe sich mal so siegesicher und jetzt werde ich wirklich ein bisschen nervös. Reden wir noch einmal über den Text. Es ist ja so die EBU. Ja. Wie heißt das? European Broadcasting. Entschuldigung. Ich muss gerade... Paul Keppner fragt, Martina Barter ist im Rucksack. Ja, das ist schön. Die Kandidatin aus dem letzten Jahr, die mit dem Song gefahren ist, den eigentlich Mikolas angeboten bekommen hat. Sehr schön. Bartrake schreibt, das mit dem Rucksack ist wegen dem Backpad-Kit der Typ, der bei Katy Perry ein Musikvideo für Swish-Swish getanzt hat. Warte mal, jetzt war ich gerade... Ich muss mich übrigens korrigieren. Ja. Ich habe... Jamie Lee wurde 26. 2016. Oh. Nicht tschechisch. Das tut mir leid. Stimmt. Ja, stimmt. Sehr gut. Gut, dass wir euch haben. Genau, so viel zu dem Rucksack. Aber du wolltest noch mal über den Text sprechen. Ja. Genau. Also, der tschechische... Es gibt ja die EBU und die prüft jeden Song und sagt dann, ist okay so oder nicht. Und bei ihm musste der Text geändert werden. Ich glaube, Motherfucker musste raus. Ups. Ups. Ja, das finde ich ein bisschen albern. Das ist so ein bisschen wie die katholische Kirche. Swearing gehört halt manchmal zur Popmusik dazu. Zum Geschäft, ja. Ja. Es ist leider so. Ich arbeite ja auch... Ich betreue viele Formate für 14- bis 29-Jährige und da ist Rap halt ein großes Thema. Und das macht eben die Künstler auch aus. Und ich finde, man sollte schon die Größe haben und wenn es dann wirklich jetzt nicht... Also natürlich irgendwie Antisemitismus oder so geht nicht. Aber wenn es jetzt mal so ein bisschen rumgeflucht wird, das ist schon okay, finde ich. Das ist ein bisschen albern, das zu verbieten. Und Eat My Spaghetti durfte drin bleiben. Ja, die Botschaft ist immer noch die gleiche. Nur ein bisschen schöner formuliert wahrscheinlich. Ganz interessant fand ich jetzt in dem Fall auch die internationale Jury, die die tschechische Republik da zu Rate gezogen hat. Die war nämlich sehr hochkarätig besetzt. Mit ganz vielen Teilnehmern aus dem letzten Jahr, aus dem vorletzten Jahr. Demi Im war dabei. Iveta Mokuchian, das Sunstroke Project, Robin Bengston und auch Nathan Trent, der den Mond vielleicht in diesem Jahr wieder zur Verfügung stellt. Aber der hat erstmal seine Expertise da zur Verfügung gestellt. Und Demi, Iveta und Nathan haben sogar ihre Höchstpunktzahl an Mikolas gegeben. Also auch in Kollegenkreisen kommt er ganz gut an. Wie kommt er denn bei dir an? Gut. Du wirst jetzt überrascht sein, glaube ich. Weil du so wenig Punkte gegeben hast. Mal gucken. Schauen wir mal. Zwölf Punkte. Ja. Wow. Ja, ich sag doch. Ich möchte das Mädchen in der Badewanne sein. Also ich möchte nicht. Ich bin. Aber zehn und zwölf. Und von euch? Ja, von euch gibt es im Schnitt 8,7 Punkte für die tschechische Republik. So. Nach dieser ganzen kurzlebigen Pop-Banalität ist es jetzt Zeit für die größeren Geschichten, Alina. Ja. Begib dich schon mal in die italienische Technik. In die italienische Technik. Okay. Genau. Beim nächsten Song, da geht es darum viel mehr als das kurze Leben. Es geht um die Liebe, wie sie sich im Leben entwickelt und was passiert, wenn wir vielleicht im Altersheim liegen und schon gar nicht mehr sprechen können. Aus Litauen, Jeva Cazimous Keite mit When We're Old. I can't let you go. Oh, oh. Oh, oh. Let's see this on the road. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Das ist schön. Ne, ich darf mal echt nicht. Ne, es ist, es tut mir wirklich sehr leid, aber es ist jedes Mal so, dass, als würde, Entschuldigung, es war jetzt von der Stimme hier so, doch, die kriecht hier so rasch, es bohrt sich so von hinten so ins Ohr, dieses, dieses, ja, Gehauche, ich werde da unruhig, ich möchte das nicht. Sie singt es ja ganz schön, aber was ist da los, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der diesen Song mag. Nee, also das ist, kann ich mir wirklich, meinst du, es gibt jemanden, der den Song mag? Wer, wer sollte diesen Song mögen? Wer sollte diesen Song mögen? Ach, das ist ja so ein richtiges Lied fürs Herz. Oh, sie singt aber furchtbar, also ich mag die Aussprache nicht. Das ist eine richtig, richtig schöne Ballade, ich finde es vom Thema her toll. Die Frau ist sicherlich sympathisch und hübsch, aber das Lied ist für mich völlig ohne, ohne Aussage. Es geht eben um, wie die Liebe aussieht, wenn man zusammen älter wird. Das ist vollkommen unterhalb meines Radars, wie sie singt, also das kommt, was ich gar nicht während der Show an mich ran. Auf Litauisch ist es noch viel schöner, also nochmal auf YouTube gucken, am Song Contest werden wir es leider nur auf Englisch hören. Außerdem, finde ich, hört sich dieser Song nach irgendeinem Teenie-Film an, wo zwei Hauptfiguren das erste Mal Sex haben und die haben dann irgendwie, man sieht dann in einer Aufnahme irgendwie zwei Hände, die so ineinander greifen in so ein weißes, am besten noch Frottee-Bett lagen. Und genau so klingt dieser Song. Schrecklich. Oh, Edward, Edward, du tust Ferien. Wieso darfst du eigentlich immer Bella sagen, wieso muss ich immer Edward sein? Das ist eine Unverschämtheit. Ja, aber Consi hat ja wirklich recht, es ist irgendwie unangenehm. Ich finde, es ist irgendwie unangenehm. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber, oh, Lea Sophonia schreibt, ich mag den Song, Jojo schreibt ein sehr schönes Lied von Litauen und Dino schreibt auch Beautiful Song. Also, ich weiß nicht, vielleicht legen wir diesmal auch voll, Dino. Ich glaube, die Litauer könnte schon als Erfolg werden, wenn jemand nicht auf der Bühne einschläft. Es gibt aber auch positive Stimmen, Beautiful Song. Ein sehr schönes Lied von Litauen, von Jojo. Ja, also das Problem war, sie hat ja auch bei Israel Calling gesungen, es gibt ja immer diese großen ESC-Events, also einfach in Vorbereitung auf den ESC und einer ist immer in Tel Aviv und war dieses Jahr auch riesengroß, sensationell. Und da hat sie gesungen und das war leider ganz schlimm. Also, sie war so vollkommen verhuscht und hat überhaupt nicht ihren Song rübergebracht. Ich habe mich wirklich gefragt, was da los war. Tja. Also, ich weiß auch nicht, Performance, wie wird das aussehen? Also, es gibt ja keine LED-Wand in Portugal, ne? Also, keine schönen Bilder-Collagen, während da ältere Paare über die Bühne laufen, wie kann ich mir das vorstellen? Ältere Menschen wäre ja nett. Ja, natürlich, das ist ältere Menschen, sind immer toll. Auch Lieder darüber haben wir auch in der Sendung noch, sind auch toll. Aber in dem Fall, es kam dann beim litauischen Vorentscheid wohl ihr Mann auch mit auf die Bühne, also so das ganze Schmalz-Paket, die dann zusammen so in den Sonnenuntergang geritten sind, gefühlt. Das ist, Litauen hat ja, der Vorentscheid in Litauen, soweit ich richtig informiert bin, ist ja riesengroß. Ich glaube, er hat unendlich viele Runden. Sehr viele Runden. Ja, und dann am Ende. Und es gibt tolle Künstler in Litauen, also ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass auch dieser junge Mann ihren Blumentopf hätte gewinnen können. Aber der ist ja nicht angetreten dieses Jahr. Nächstes Jahr vielleicht, weiß man nicht. Ja, also ich finde, der Song, um es mal abzuschließen, ist ein bisschen wie gedünstete Möhren, wird nicht richtig heißen, am Ende schmeckt es furchtbar. Ja, das ist hier in der Community, wird das unterschiedlich gesehen. Hier, Frieda Bokhara schreibt ein sehr unterschätztes Lied dieses Jahr, sehr schön im Gegensatz zu Fused Mark letztes Jahr. Da hast du wirklich recht, finde ich. Ja, Fused Mark. Also das stimmt. Da hat es auch keinen Bringer. Das stimmt. Hier kam gerade eine Frage, schon vorher habe ich gesehen, Stefan, wem die Ukulele gehört, die hier bei uns auf dem Tisch liegt? Das ist natürlich Stefans Ukulele. Und du kannst sie sogar spielen. Schön, ne? Wie schön du Jeva begleiten könntest. Ja, wer weiß, wie viele Punkte ihr vielleicht kriegen könntet. Ja. Und hier, Larry, der Entstellte, hallo Larry an der Stelle, fragt mich, ob ich Ivetas Nachnamen korrekt aussprechen kann. Ich hätte Tamara aus Georgien, Gashishilatze, heißt sie, glaube ich, letztes Jahr auch so gut gemeistert. Ich versuch's mal. Wenn das falsch war, müsst ihr mich korrigieren. Aber ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Ja, ich glaube, wir müssen zu den Punkten schreiten. Das hilft ja nichts, Stefan, es nützt doch alles nichts. Schauen wir mal. Wie viele Punkte hast du gegeben? Warst du gnädig? Drei Punkte gegeben. Du hast nur einen Punkt gegeben. Ich dachte, ich finde das schlecht. Ja, und interessanterweise habt ihr Jeva vier mehr Punkte gegeben, nämlich 6,6. Bei unserer nächsten Kandidatin fällt es mir wirklich schwer. Meine Begeisterung zurückzuhalten. Denn diese Frau braucht keine Windmaschine, kein Trickkleid und auch kein Feuerwerk. Denn sie selber ist das Feuerwerk. Sie ist frech, sie ist cool und sie lupt auf der Bühne. Sie zählt jetzt schon zu den Favoriten. In diesem Jahr tritt für Israel an Netta mit dem Lied Toy. I'm not your time. You stupid boy, stupid boy, I'll take you down. Now I'll make you watch the world Dancing with my dolls on the mother of my coffee Beat! Toll! Schon wieder so ein gutes Lied, oder? Ich finde das so schön, dass es so viele Lieder gibt, zu denen man richtig toll tanzen kann dieses Jahr. Aber wenn ihr diese Version auch so toll fandet wie Stefan und ich. Ich fand ja, also ich fand, sobald das Song rauskam, war sie quasi auf Platz 1. Ja, das stimmt. Aber ich fand das Video war schon nett, aber das Projekt auch noch so ein bisschen konstruiert. Aber wenn man sie dann mal live gesehen hat. Genau, das wollte ich gerade sagen. Man muss das noch mal völlig neu bewerten, wenn man den Live-Auftritt von Netta mal gesehen hat. Ja, wenn sie so abgeht auf der Bühne, dann ist sie wirklich zu Recht. Netta für eine Frau. Ich glaube, sie kann eine ESC-Ikone werden. Ja. Und sie singt so toll, sie hat eine Ausstrahlung, finde ich auch eine Grandezza auch. Das ist Wahnsinn. So, ist wirklich richtig besonders. In Israel, da war es natürlich richtig krass. In Amsterdam, da wurde es ein bisschen weniger. Weil, Fun-Fact. Oh. Netta hat ein Foto von sich und ihrer Crew aus dem Coffeeshop gepostet, bevor sie auf die Bühne gegangen ist. Ja, aber das lag ja da nur rum. Das heißt ja nicht, dass sie das selber konsumiert hat. Also jeder, der ... naja. Jeder, der beide Auftritte gesehen hat, weiß, was da passiert ist. Ist ja auch gut. Ja. Sie kommt halt aus Israel. Sie ist ... Sie ist wild. Sie ist wild. Sie ist wild. Was sagen denn unsere Experten eigentlich zu Netta? Also, sie ist eine Frau mit Kurven. Sie ist selbstbewusst und sie ist eine Sängerin. Vergleiche mit Beth Ditto in drei, zwei, eins. Man erinnert sich ein bisschen so vom Typ her an Beth Ditto. Sie erinnern mich tatsächlich ein bisschen an Beth Ditto? Gefällt mir sehr der Song, also gerade der Anfang. Und es ist halt einfach alles ausgefallen, wie sie das mit dem ... Dieses ... Ja, super. Ist ein super geiler Song. I'm not your toy, you stupid boy. Okay, da könnten wir vielleicht ein bisschen mehr Anspruch erwarten. Macht überhaupt nichts. Netta, mein Segen hast du. Soliden Platz eins. Ich bin mir ganz sicher und ich komme nach Tel Aviv. Wenn sie meine Tochter wäre, wäre ich stolz auf sie. Also, die macht ihr Ding. Ich mag ihre Figürlichkeit. Ich mag ihr absolut charmantes, nerviges Lachen. Das ist das beste Lied dieses Jahres. Also, 78 hat's geklappt, 98 hat's geklappt. Warum nicht 2018? Ich find's richtig nett, was Jan Feddersen sagt. Das ist richtig, richtig nett. Aber auch zu Recht, ne Netta ist einfach toll. Ja, das stimmt. Richtig. Ja, es war jetzt ja auch in Amsterdam und Israel, die war so, sie startet mit dem Loop. Mhm. Und dann irgendwann singt sie sie einfach zum Playback, was ich auch richtig gut finde, was sie auch auszeichnet. Und wenn man sich so ein paar Videos von ihr auf YouTube anschaut, da macht sie so ganze Songs mit dem Loop-Gerät. Und ich find's toll, dass es jemanden wie Netta gibt, die das als Künstlerin eben auch so gut kann. Ja, das stimmt. Ich war total gespannt, weil wir das ja wirklich so abfeiern, was ihr dazu sagt. Hier, der Sofa-Reporter hat sich zu Wort gemeldet. Mit den Favoriten ist das immer so eine Sache. Im letzten Jahr haben die ESC-Fans auch schon ein Hotelzimmer in Turin reserviert. Damit spielt Sascha natürlich auf Francesco Garbarian, der lange als Favoritgehalt. Genau, der war ja mit riesengroßem Abstand bei den Wettquoten vorne, ist dann am Ende nur Sechster geworden, meine ich. Und das lag aber daran, dass erst mal er einfach nicht so gut performt hat auf der Bühne. Er hat nicht so gut gesongen und der Song kam nicht so rüber. Und dann gab es auch noch den Affen, der einfach nur nervig war. Ach, der Affe war ... Nein, er hat irgendwie total fremd und deplatziert gewirkt, fand ich. Und das ist bei Netta, glaub ich, nicht zu erwarten, weil sie, für meinen Eindruck jedenfalls, live einfach richtig, richtig gut rüberkommt und sensationell gut singen kann. Ja, das stimmt. Patrick schreibt, er weiß nicht so richtig, was er von Israel halten soll. Ich habe immer einen Ohrwurm davon, den habe ich aber auch schnell wieder vergessen. Das ist ja interessant. Ich wünschte, ich könnte einen Ohrwurm so schnell wieder loswerden. Lucius schreibt, ich finde die Übergänge zwischen den Teilen des Liedes sehr, sehr gelungen, tolles Lied. Und Leolo schreibt, dass ihr Modevorbild Lady Gaga ist, wundert mich nicht, passt aber total zum Song. Ich habe übrigens so hart geübt, die Chicken-Sounds nachzumachen, um den Song komplett mitsingen zu können. Und ich schäme mich nicht. Sehr gut. Ich glaube, wir werden dann einen ganzen Hühnerstall im Mai hören, zu Netters Auftritt. Ich habe übrigens eben gelesen, einen Kommentar fand ich auch richtig interessant. Das ist ja ein Motherbocker-Beats. Ja, das ist auch nicht so weit vom Motherfucker entfernt. Aha. Das haben sie schon sehr intelligent gemacht, die Israelis. Das Gegackere. Aber das Gegackere, das hat ja eigentlich einen ganz anderen Sinn. Und wir wollen auch gerne mal über den Text sprechen. Und da ist vor allem Thomas More etwas aufgefallen. Das Thema des Songs ist ja die MeToo-Debatte. Und da fragt man sich, ist das echt oder ist das konstruiert, ist es gemacht? Und dazu muss man sagen, diese ganze Nummer ist konstruiert und gemacht. Denn dahinter steht Doron Meladi, einer der größten ESC-Komponisten in Israel. Und Doron hat nicht nur den Song gemacht, sondern zum Beispiel auch den von Ovi Star oder dieser Golden Boys Song. Er sagt in einem Interview, der ESC ist meine DNA. Und hier in Netta hat er sein Material gefunden, um ja den perfekten ESC-Song zu machen. Also dann hat er diese Frau genommen, die ist ja eine Nummer, dann hat er das MeToo-Thema genommen und einen Song, der auf der Bühne funktioniert. Und jetzt sitzt Doron zu Hause und denkt, scheiße, ich gewinne den Eurovision Song Contest. Tja, so ist das, wenn man einen guten Song schreibt. Was meinst du denn? Findest du es okay? Also jetzt als Frau MeToo? Ich als Frau, was ich als Frau zu MeToo sage. Ja, nein, also ich finde es völlig legitim, wenn er diesen Song geschrieben hat, das ist ja ein wichtiges Thema. Und warum sollte nicht er sich das auch als Thema wählen? Und er hat einfach die passende Künstlerin dazu gefunden. Ich finde das Netta eine absolut authentische Vertreterin einer Feminismus-Debatte ist. Also ich könnte mir niemand anderes vorstellen, der eigentlich geeigneter dafür ist, als das, was sie mitbringt und das, wofür sie steht. Also von daher würde ich ihn eher beglückwünschen, dass er so einen guten Treffer gelandet hat. Ja, sie feiert sich selbst. Ja, und es ist ihr auch egal, was andere sagen. Ja, ich finde es richtig interessant, dass Israel den ESC nutzt, so ein bisschen auch um sich als offenes Land, ja, was Individualität, was Einzigartigkeit fördert, dass es sich so präsentiert. Das ist auch, also wenn man sich mal überlegt, dass es schon von Ländern umgeben ist, die, wo es, wo sie auf jeden Fall ein Problem teilweise mit Homophobie haben, die ein Problem mit Antisemitismus haben, ist das, zeigt Israel sich da von einer, und in diesem Fall auch, finde ich, zu Recht, sehr guten Seite. Das ist schon cool. Ja, von einer sehr offenen und toleranten Seite. Ähm, nochmal zu dem Text, äh, diese Gacka-Sounds, über die sich, äh, ganz viele, ähm, ja, über die ganz viele Reden, die sie teilweise nachahmen. Also, da hat Netta gesagt, das hat für sie natürlich eine doppelte Bedeutung. Sie macht damit einen Coward, einen Feigling nach, äh, den man eben auch Chicken nennt. Und, ähm, sie meint damit jemanden, der sich, äh, ja, der unauthentisch sich verhält und der Frauen oder auch Männer wie ein Spielzeug behandelt. Und dann macht sie natürlich so aus ihm ein, ein Chicken. Und Baka heißt auch, äh, in Japanisch übrigens, dumm, sagt Netta. Also von daher, ähm, ne, wenn man gackert, dann gackert man in diesem Fall eine, eine Botschaft. Eine soziale. Schauen wir auf die Punkte. Ich bin mir relativ sicher, dass ich weiß, was bei dir rauskommt. Ja. Ich wollte eigentlich nur ein einziges Mal die zwölf Punkte vergeben. Aber jetzt habe ich sie gleich zweimal in einer Sendung vergeben. Wahnsinn. Und auch, äh, die Punkte von euch fallen sehr, sehr großzügig aus. Für Israel gibt es von euch 8,9 Punkte. Ja. 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 Ich muss erst einmal wirklich sagen, es tut mir leid, er macht mir Angst. Er hat so einen abwesenden Blick, irgendwie so einen toten, leeren Blick. Er guckt so, ich kann's gar nicht machen. Das ist auf jeden Fall irgendwas, was mir ... Ja, genau so. Was noch mal? Ja, wirklich. Irgendwie ... Ich weiß nicht. Ich spüre da so eine sehr große Distanz zwischen mir und Alexiaev. Ja. Aber jetzt müssen wir einmal kurz den Leuchtanzug nachlegen, oder? Los geht's. Dann gehen wir einmal kurz rein. Hoffentlich wird der Leuchttanzug im Ökostrom betrieben. Irgendwo drückt der Leuchttanzug. Entweder Anzug oder Singen. Irgendwie schon. Die Verantwortlichen haben sich gedacht, wenn der Leif vielleicht nicht jeden Ton trifft, put him in the electronic suit. Nobody will notice. Wird ja niemand merken. Niemand merkt, wenn da vielleicht ein Ton oder der andere nicht so sitzt. Unseren Experten ist es aufgefallen. Ja, ne? Das ist eher Routine, das ist echt Durchschnitt. Mir gefällt es, es ist auch ein bisschen langweilig und man möchte nicht, dass dieses Lied gewinnt, wird es auch nicht. Aber für das Finale wird es reichen. Klassikal. Es fühlt sich regional, aber global. Bittersweet. Tragic. 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 um danach netter anzutreten, wenn da erst mal die Hütte tobt. Und dann kommt er dann in seinem elektronischen Anzug. Das ist eine sehr bittere Position. Der LED-Anzug ist einfach wirklich das Beste an dem Song. Der versucht verzweifelt auf cool zu machen. Amion, einfach schrecklich. Und welche Sprache ist das eigentlich? Ich glaube, Englisch, Alina. Er singt. Windows wide open. The rain is falling inside. Ja, es regnet in mir. Es regnet in meinem Haus. Es ist ja erst eine interessante Wahl. Thomas Meier schreibt uns gerade im Chat. Also erst mal zu seiner Persönlichkeit. Sehr interessante Persönlichkeit. Er hat in einem Interview erzählt, dass sein Vater, der aus Israel kommen soll, dass er die nie kennengelernt hat und hofft, dass die sich jetzt vielleicht mit der medialen Aufmerksamkeit dann treffen werden. Und sowieso ist das ja eher eine untypische Wahl für Weißrussland, Alexeev. Ja, genau. Also er kommt, wie gesagt, aus der Ukraine, hat dabei The Voice mitgemacht. Dann war, er hat nicht gewonnen, aber war sehr erfolgreich. Er hat dann auch einen Hit gelandet, der, das ist immer ganz interessant, ich glaube, es gibt so eine Schranke ein bisschen zwischen Osteuropa und Westeuropa, weil er einfach aus den jeweiligen Popmusikwelten nicht so viel rüberschwappt. Aber er hat einen Hit gelandet, der jetzt mit der Ukraine und Weißrussland und Russland auch, also richtig groß gewesen ist. So, deshalb ist er schon ein Popstar. Vielleicht bekommt er von da auch Punkte, aber ich bezweifle leider, dass das reicht. Wir haben auch schon ein paar geschrieben. Der Song wurde ja nochmal umgebaut. Am Anfang war er viel energetischer und jetzt ist es so eine komische Halbballade. Ja. So, dass man, ich glaube, das war wirklich das, was, Thomas Mohr hat es auch gesagt, wenn man einen Song revamp, wenn man ihn neu macht, dann ist es immer ein schlechtes Zeichen. Und in diesem Fall ist es, glaube ich, auch so, dass dadurch der Song, der sowieso nicht gut war, jetzt auch nicht besser geworden ist. Ja, Jan reicht hier gerade in unserem Chat nach. Es gibt mittlerweile eine andere, eine endgültigere Version, mit der er auch live besser zurechtkommt. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie sehr man mit seinem Lied selbst vertraut ist. Und den elektronischen Anzug, den wird er zu Hause lassen, hat er gesagt. Schade, dass darauf nicht eingegangen wurde. Ich weiß jetzt nicht, lieber Jan, ob du uns meinst oder die Delegation. Auf jeden Fall stand der Anzug ja mal im Raum. Wir werden uns überraschen lassen, wie es dann auf der Bühne tatsächlich aussieht. Und das ESC-Huhn schreibt, die Zähne sind so gruselig. Das hast du auch schon gesagt. Ja, ich habe es mich ehrlich gesagt hier nicht getraut, aber ja, liebes ESC-Huhn, das stimmt. Wahrscheinlich reflektieren die dann auch im Dunkeln gemeinsam mit dem Anzug. Okay. Ja, jetzt machen wir uns ein bisschen, jetzt amüsieren wir uns ein bisschen. Ein bisschen zu sehr, wenn ein bisschen zu viel Spaß ist, meinst du. Es ist auch, es hat also der Kandidat aus Weißrussland hat auch einen ernsten Hintergrund. Thomas Mohr hat da eine klare Meinung zu. So, Weißrussland ist mein Wettbewerb dabei und mir liegt was auf dem Herzen. Ich möchte eigentlich nicht, dass Weißrussland gewinnt. Ich möchte auch nicht nach Minsk fahren zum Eurovision Song Contest. Bloß, da kann ja Alexejew nichts dafür, der dafür weißloser Russland ins Rennen geht. Da können andere was dafür. Und jetzt kommen wir auch in die Situation beispielsweise, dass der Junior Eurovision im Herbst in Minsk stattfindet dieses Jahr. Das ist eine Diktatur. Und wenn da der ESC stattfinden wird, kommen gleich wieder die Fragen, können wir da hinfahren, dürfen wir da unseren Künstler hinschicken. Und ich finde auch zu Recht, weil es ist wirklich ein Land, wo demokratische Stimmen massiv unterdrückt werden, so schlimm wie in keinem anderen Land in Europa. Ich will nicht, dass dieses Land mitmacht. Deswegen muss natürlich, das kann nicht ich entscheiden, das kann auch nicht der Zuschauer entscheiden, das muss an anderer Stelle entschieden werden. Denn wenn die jetzt gewinnen, kommt diese Diskussion hoch, fahren wir da hin oder fahren wir nicht da hin. Das muss vorher geregelt werden. Und zwar finde ich, dass nur Länder mitmachen dürfen, die demokratischen Standards entsprechen. Nach meinen Standards ist Weißrussland nicht unter diesen Ländern. Ja, was denkt ihr darüber? Lasst uns gemeinsam diskutieren. Schickt uns weiter auch dazu eure Anmerkungen und eure Kommentare hier mit dem Hashtag Songcheck. Dann können wir gleich darüber sprechen. Was hältst du von Thomas' Statement? Also ich finde, da gibt es kein Schwarz oder Weiß und einfach verschiedene Meinungen. Aber allein, dass wir darüber sprechen, wie in Weißrussland die Situation ist, zeigt, dass es auch wichtig ist, vielleicht so Länder nicht auszuschließen. Denn wen, immer ernsthaft, wen aus Europa interessiert Weißrussland? Ich glaube, wenn man jemanden fragen würde, 70 Prozent würden nicht mal wissen, welches Land überhaupt Weißrussland ist, weil man auch nichts aus dem Land mitbekommt. Und jedes Jahr einmal beim ESC gibt es diese Diskussion. Und ich finde es gut, dass man da wieder darauf gestoßen wird, dass es eben auch ein Land in Europa gibt, wo es de facto keine Demokratie gibt und einen allmächtigen Präsidenten, der auch zum Beispiel bestimmt, was für Musiker Musik machen dürfen und der auch einfach Berufsverbote für Musiker ausspricht. Und wenn man das sagt jetzt, dann tun wir es, weil Weißrussland eben beim ESC dabei ist. Ja genau, also so eine Debatte legt natürlich auch diese Aufmerksamkeit auf Weißrussland und löst natürlich damit auch ein bisschen Druck aus. Und vor allem ist es ja so, dass der ESC natürlich auch irgendwie in Weißrussland stattfindet, gerade eben mit einem Künstler, den sie schicken, den man natürlich dann auch verfolgt. Die Menschen gucken das auch in Weißrussland, verfolgen den ESC. Und wenn man das Land ausschließt, würde man ja vielleicht auch die Menschen ausschließen. Also ich bin da auf jeden Fall bei Thomas, es ist schwierig, aber das so sozusagen kategorisch auszuschließen, dann doch lieber darüber diskutieren und den Druck auf das Land erhöhen. Hier schreibt jemand in unserem Chat, keine Politik beim ESC. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer konkretisieren, wie du das meinst. Also bist du jetzt der Meinung von Thomas, bist du der Meinung, dass man gar nicht darüber reden sollte? Krummel, Grießkram schreibt hier gerade bei uns im Chat, eure Namen sind immer klasse. Also Aserbaidschan war, beziehungsweise ist leider eh nicht demokratisch aufgestellt wie Belarus. Menschenrechte wurden und werden dort auch mit Füßen getreten. Also insofern ist es ja wahrscheinlich nicht so einfach zu sagen, wo man da die Linie zieht. Es gibt einfach kein Schwarz oder Weiß. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ansichten und jeder hat seine. Ja, gut, dann kommen wir mal zu den Punkten, weil das ist ja auch immer eine sehr emotionale Angelegenheit hier bei uns im Studio. Warst du wieder fies zu Alexei? Ich habe leider nicht so viele Punkte gegeben. Siehst du, am Anfang, genau, am Anfang lag ich immer ein bisschen drunter. Du gibst zwei Punkte, ich gebe drei Punkte. Und unsere Community? Ihr gebt Weißrussland 5,2 Punkte. Weißrussland 5,2 Punkte. Und da ist es wieder, das Trickkleid. Und auch die Botschaft des nächsten Songs, die gehört so sehr zum ESC wie Käseigel und Eurovisionshymne. Liebe hat heilende Kräfte. Und diese Botschaft, die reicht uns die folgende Künstlerin ganz klassisch da. Denn Elina Netschejewa ist eine ausgebildete Opernsängerin. Meine Damen und Herren, bitte halten Sie jetzt Ihre Gläser fest. Denn es singt für Sie Elina Netschejewa für Estland mit La Forza. Oh, du hast den Sternenhimmel im Hintergrund gesehen. Ja, aber ich konnte auch nicht mehr viel achten, Steff. Es ist echt so, wie sie singt, stelle ich mir eine Migräne mit Aura akustisch vor. Doch, doch, wirklich. Doch, das löst Kopfschmerzen bei mir aus. Was machst du denn nicht an dem Song? Es ist durchweg, schwebt sie so in ganz hohen Sphären. Sie ist Sopranistin. Ja gut, aber man muss sie das die ganze Zeit machen. Das löst bei mir wirklich hier hinten so einen Kränepunkt aus. Was wäre denn dein Vorschlag? Ich weiß nicht, dass man vielleicht mal zwischendurch so ein bisschen durchatmen kann. Aber sie geht ja immer höher und höher. Es ist Drama. Darum geht es in dem Song. Es ist Drama, es ist Inszenierung, es ist Show, es ist Popklassik. So, es ist Musical. Und wenn man es schon macht, finde ich, dann muss man es auch richtig machen. Dann muss es das Trickleid geben und hinten die Sternchen und all die schönen Sachen und die hohe Stimme. Und es hat eine tolle Melodie. Ich weiß nicht, ob es die hohe Stimme wirklich sein muss. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die jetzt Kopfschmerzen hat. Fällt einfach keine Situation ein, in der ich diesen Song hören wollte. Vielleicht irgendwie, wenn ich ein soziopathischer Massenmörder wäre, dann würde ich mein Messerset dazu polieren. Aber sonst, sorry, ne? Ich finde einfach den Song total daneben. Ich verstehe nicht, wie es immer wieder Länder gibt, die versuchen, mit so einem Opernpop beim ESC zu landen. Das funktioniert auch nie. Sie hat was Warmes und viele Fans mögen sie. Aber ich finde, Oper gehört in die Oper und nicht zum ESC. Und deswegen, denke ich, wird sie für mich ganz traurig sehr weit vorne landen. Da habe ich tatsächlich mal den Vorentscheid im Fernsehen gesehen. Und ich muss sagen, für den zwei Platzierten hat mein Herz geschlagen. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, wenn am Ende gute Lieder rausfallen beim ESC, weil andere Lieder wegen der Show weiterkommen. Weil letztendlich geht es dann doch irgendwie, finde ich, an erster Stelle um den Song. Das sieht ja aus wie so ein riesiger Duschvorhang. Eine Arie gehört vielleicht in die Elbphilharmonie. Aber ich weiß nicht, ob ich das beim ESC so gern sehen möchte. Es ist ein bisschen sehr langweilig, aber gut für uns. Ach, ich finde es toll. Ich finde auch, es ist auch, muss man auch mal sagen, da habe ich halt eine andere Meinung, Klassik ist genauso Musik wie alles andere. Also können von mir aus auch Opernsongs beim ESC antreten. Ich bin mir sicher, es werden nie alle 43 Länder einen Opernsong schicken. Es wird immer eher wenig sein. Weil ja auch Klassik beim ESC hat ja so eine wechselvolle Geschichte. Es gab jetzt, gut, also Grand Amor mit Il Volo, die sind ja immerhin, glaube ich, sogar Publikumssieger geworden in Österreich. Aber es gab ja auch ein paar klassische Interpretationen, die nicht so gut funktioniert haben. Aber ich finde, dieses Mal funktioniert. Und ich bin da auch nicht alleine, Alina. Ja, Steffen. Estland. Frankreich hat mal 2011 auch mal einen Tenor geschickt. Das war aber mehr so ein Knödeltenor. Und sie hat schon eine sehr gut ausgebildete Stimme. Gefällt mir eigentlich. Ich meine, ich habe ja auch einen klassischen Background. Also somit, Oper gefällt mir auch. Die kann geil singen, die hat ein Walla-Walla-Kleid. Wow. Und das funktioniert eigentlich immer beim ESC. Estland ist, glaube ich, weiter vorne. Dazu hat der Song eine richtig gute Melodie. Das ist bei Klassik-Nummern ja meistens so. Aber hier passt sie. Es ist eine Mischung aus Klassik und Pop. Darunter ein Beat, ein Groove, der das Ganze so ein bisschen am Schweben hält. Also ich glaube, dass Estland hier einen richtig vollen Treffer gelandet hat und unter die Top 3 kommt. Ach, das ist doch... Ich weiß, es gibt entweder nur Hassen oder nur Leben für dieses Lied. Dazwischen gibt es nichts. Ich muss sagen, ich finde den Song toll. Oh mein Gott, geht sie noch höher? Sehr schön. Sehr schön. Gefällt mir. Ich glaube, hier ist gerade ein bisschen gesprungen in der Glasplatte. Das ist auch am Ende. Also der Song endet ja in einem großen Drama. Ja, noch mehr Drama. Wirklich. Und ich finde das einfach gut. Es ist halt das große Drama und es ist die Show. Ist auf jeden Fall gut für den ESC, dass er dabei ist. Und die singt halt auch einfach toll. Da gebe ich dir recht. Und es macht so viel Spaß, eure Kommentare hier gerade zu lesen, weil die gehen so durcheinander. Es ist so lustig. Esland, absolut fantastisch. Zwölf Punkte von mir. Der Song und die Lina Stimme versetzen mich in eine andere Welt. Mich übrigens auch, but not in a good way. Und es polarisiert so sehr. Das hat noch nie geschadet. Das stimmt. Mein fünfter Platz. Dann schreibt Music Boy, viel zu gekünstelt, furchtbar. Bruder schreibt, Laforza ist einfach geil. Keine Diskussion. Live ist der Song Bombe. Darf ich mal was aufreden? Deswegen schreibt, sorry Esland, wenn ich Hundegeheule hören will, dann gehe ich auf YouTube und höre hier das meistrussische Lied vom letzten Jahr an. Oh, ja. Naja, also ich meine hier, A46 schreibt vielleicht mal keiner das Lied, weil es Oper ist, aber ich liebe es vor allem die Melodie und ihre Stimme ist einfach eine andere Klasse. Und damit hast du ja vollkommen recht. Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum, ob Klassik zum ESC gehört oder nicht, sondern es ist wirklich eine Geschmackssache. Und hier Nikolas Vegas schreibt, der Vorentscheid war damals, ähm, nee, das wollte ich gar nicht, äh, das wollte ich sagen. War damals sehr gut, alle Lieder bei Tom. Nee, nee, das wollte ich vorlesen, ne, Songcheck. Alina ist gut drauf heute, der Migränevergleich war sensationell. Ja, Alina hat eine gute Kopfschmerztablette vor der Sendung eingebrochen. Aber du hast zu viel über profan genommen. Ja, wahrscheinlich. Ja, damit ich diesen, damit ich diesen Titel jetzt hier durchhalte. Naja, also ihr seid sehr unterschiedlicher Meinung und das spiegelt sich ja auch in den Wettquoten wieder. Also die war ja lange Zeit auf Platz 2, jetzt ist sie gerade wieder so ein bisschen runtergestiegen von ihrem Thron. Ich glaube, Mikolas hat sie überholt. Aber man muss sich jetzt, also jetzt gucken wir wirklich mal, gehen wir mal auf den Text, versuchen mal jetzt nicht hier nur Quatsch zu machen. Los geht's, genau. Er ist nicht auf Estisch, er ist nicht auf Englisch, er ist auf Italienisch. Lustigerweise hat der Beitrag letztes Jahr Verona, wir erinnern uns natürlich auch so eine kleine Italien-Analogie. Da müssen wir vielleicht mal noch tiefer einsteigen, warum das in Estland immer so ist. Also jetzt gerade, wenn man lost in Verona. Ja, das ist auf Englisch. Aber ich bin natürlich noch bei Romina. Dann ist ja wohl Elina tausendmal besser. Ja, nein, also auf jeden Fall scheint da eine sehr hohe Affinität zu Italien zu sein. Das ist ja auch erstmal grundsätzlich schön. Und sie hat diese ganzen Texte mit einer Kollegin von der Talliner Oper so ein bisschen zusammengesucht, sag ich jetzt mal, bei anderen Opern, hat sich da inspirieren lassen und hat daraus diesen Text mit der Botschaft Liebe hat heilende Kräfte geschrieben. Und das ist ja auch wirklich eine tolle Leistung. Und natürlich ist auch dieses ganze Gesamtkunstwerk zu betrachten. Aber dann, wenn ich schon da mit meiner akustischen Migräne sitze und dann noch visuell dieses Trickleid sehe, Stefan, was wie in so einem Rohrschach-Test angeleuchtet wird, der Duschvorhang, wie Olivia Jones sagt, dann, also ich weiß nicht, da bin ich völlig erschlagen und brauche erstmal so ein Kuschelkissen. Und das ist auch toll so. Nach Alexeev, das macht mich völlig fertig, dieses erste Halbfinale. Zum Trickleid nochmal, das ist ja, das Trickleid ist auch ein großes Drama. Ich frage mich, ob das inszeniert ist. Es ist ja so, dass es in Lissabon zwar Projektoren gibt, die so 360-Grad-Projektionen sogar machen können, aber keine LEDs. Und diese, deshalb muss man sich, ja, muss man sich überlegen, wie man das mit dem Licht macht und da geht es natürlich darum, dieses Trickleid dementsprechend schön auszuleuchten und zu beleuchten. Das ist sehr teuer, das kostet 65.000 Euro. Was? Ja, für das Licht fürs Trickleid. Das Licht fürs Trickleid kostet 65.000 Euro. Ja, und jetzt weiß man noch nicht, woher das Geld kommen soll. Ja, also die estische Regierung hat schon gesagt, sie möchte es nicht bezahlen und die Auslandsagentur, also die Marketingagentur für Estland hat auch gesagt, nein, wir bezahlen es nicht. Und wer bezahlt es jetzt? Ja, das weiß ich nicht, aber wenn wir ein Crowdfunding machen, ich finde ein Crowdfunding ja gut. Wenn wir ein Crowdfunding machen würden, ich würde da auch 20 Euro spenden. Also bitte, liebe Community, wer sich Stefan anschließen möchte, könnt ihr ja zusammen Elena unterstützen. Das wäre sehr schade, wenn es das nicht gäbe, weil eben, es ist das Drama und die große Show. Das stimmt, das stimmt schon. Also, was denn was Lustiges findet? Der Vorentscheid war damals sehr gut, alle Lieder waren tollen oder fortsetzen, aber schlecht, der Rest war super. Ja, das war auch gar nicht so eindeutig. Obwohl doch, doch, ich glaube, es war sehr eindeutig. Stimmt, der hatte 12.000 Stimmen und der nächste Song hatte 3.000 oder 2.500 oder so. Das war doch eindeutig, wenn ich mich richtig erinnere. Stefan, ich sehe gerade, Johannes hat etwas zu uns geschrieben. Es gibt einen Kommentar zu uns, gutes Moderationsduo 2018, das sollten wir mal genießen. Nein, gute Dynamik, der Experte oder Gast im Studio fehlt ein wenig, mag keine Konserven-Kommentar-Matzes. Ja, klar, das ist natürlich etwas Neues, was wir uns überlegt haben und genauso neu ist unser Tool. Und wir sind natürlich total gespannt generell, was haltet ihr von der Sendung, was haltet ihr von unserem neuen Set, was haltet ihr davon, dass Stefan und ich jetzt auch unseren Senf mit dazu geben. Ihr könnt abstimmen, ihr könnt das beurteilen und ich habe gerade gehört, es gibt einen neuen Zwischenstand. Das ist eher ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das ja. Das ist wirklich, wirklich aufregend. Was? Oh nein! Gott sei Dank, ich bin euch sehr dankbar. Ich glaube, ich muss doch eine russische Bot-Armee engagieren. Ich dachte, du hast deine drei Brüder engagiert. Die habe ich auch, aber du hast so viele Fans, glaube ich. Meine Mutter hat mir vorhin sogar geschrieben, dass sie für Stefan drücken wird. Ich weiß nicht, was da zu Hause los ist, aber es hilft mir offensichtlich nicht. Nein, ich glaube, es liegt wirklich daran, dass du einfach so toll bist. Ja, Stefanie, es liegt so. Dann nehme ich die Strafe auch gerne an. Vielen Dank, aber es liegt vor allem daran, dass es einfach immer lustiger ist, wenn Stefan um was Schlimmes machen muss. Schauen wir mal. Okay, dann gehen wir mal zu den Punkten, oder? Ja. Du warst bestimmt gemein jetzt. Ich war gemein? Ja, du warst bestimmt gemein. Ich glaube, du hast nur zwei Punkte gegeben. Nein, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so, aber doch wahrscheinlich durch die Kopfschmerzen. Es kann aber auch sein, dass ich so im Kopf durch das Lied manipuliert war. Ich muss noch kurz, Mr. X schreibt, Verona war letztes Jahr ein toller Schlager, weil ich mir den mittlerweile selten beim ESC hatte. Ich bin immer noch traurig, dass er nicht ins Finale kam. Oh, Stefan. Ich fand den Song auch gar nicht so schlecht, aber die Inszenierung. Die Inszenierung war eigentlich das Beste an Verona. Sie haben auch nicht so gut gesungen, leider. Kann man das nochmal nachstellen hier? Würde ich gerne machen. Ich habe gerade was gelesen, das finde ich so schön. Sarah Lala schreibt, Stefan in diesem schicken Anzug und seiner Ukulele ist definitiv das Highlight heute. Oh, das ist nett. Vielen Dank. Kannst du nicht Elina begleiten mit der Ukulele? Dann würde ich wahrscheinlich auch wieder Punkte geben. Zu wenig dramatisch? Aber vielleicht können wir uns Schlittschuhe anziehen und um sie herumfahren. Das wäre schön. Laforza auf Ukulele. Okay, Punkte. Wir müssen jetzt die Punkte mal vergeben. Spannend. Acht Punkte. Acht Punkte gibst du? Ja, das dachte ich mal. Und du gibst zwei? Ja. Nicht mal, sie singt so gut. Was sind denn das für zwei Punkte? Aber guck mal, unsere Zuschauer, wir treffen uns quasi so ein bisschen in der Mitte. Ihr vergebt für Estland 6,6 Punkte. Ja, das ist das für zwei Punkte. Ich muss mal kurz was sagen. SRB Eurovision hat geschrieben. Ich glaube, tut mir so leid, nächstes Mal. Es ist noch nicht vorbei. Ich glaube, diese erste Challenge geht an dich. Das ist nicht so viel. Ich werde dir beistehen. Ich kann das noch aufwachen. Wir machen weiter. Wir kommen zu einem sehr sensationellen Land, was in den letzten zwei Jahren ganz hervorragende Künstler geschickt hat. Bulgarien hat 2016 mit Poli Genova eine tolle, besondere Künstlerin geschickt. 2017 mit Christian Kostov sogar den zweiten Platz gemacht. Auch dieses Jahr schicken sie nicht einen, sondern fünf hervorragende Sänger. Eine Supergroup mit zwei Sängern aus den USA, drei aus Bulgarien. Equinox mit Bones. Es ist ja so, wenn man auf Bulgarien, die haben ja den Song auch irgendwann erst Anfang März veröffentlicht. Und dann hat man so eine Erwartungshaltung und denkt sich, jetzt muss die Granate kommen. Und dann hört man den Song und dann ist man erst mal so ein bisschen, also dann war ich so ein bisschen unentschieden. Was soll ich von dem Song halten? Aber wir müssen erst mal, bevor wir über das Lied reden, lasst uns erst mal mit euch darüber diskutieren. Das ist ja eine besondere Konstellation, diese Gruppe. Also du hast gerade gesagt, drei Bulgaren, zwei Amerikaner und die wurden extra für den ESC zusammengecastet. Und viele fragen sich jetzt natürlich auch, dürfen die das? Kann man das machen? Soll man das machen? Ist das fair? Anderen Ländern gegenüber? Wir wollen darüber diskutieren mit euch, also schreibt uns eure Meinung dazu. Aber was war dein erster Eindruck beim Hören? Ja, er war so ein bisschen unentschlossen. Aber je mehr man sich mit dem Song beschäftigt, desto toller finde ich ihn eigentlich. Ich finde das halt so mystisch irgendwie, was wir bisher jetzt noch nicht hatten. Wenn man sich mal so das erste Halbfinale anguckt, also da ist viel, was richtig kracht, wo man gerne zu tanzt. Dann gibt es die Balladen, dann gibt es Menschen, die einen Schmerzen verursachen akustisch. Und dann gibt es so was Schönes, etwas Dunkleres, Mystisches, fünf tolle Sänger. Ich finde das sehr erfrischend. Ja, ich finde auch, der Song lässt die Stimmen strahlen. Also es ist nicht einfach zu singen. Und es ist auch so, dass jeder ja seinen eigenen Einsatz hat. Das hat man ja auch schon gesehen bei dem Eurovision-Konzert in Amsterdam gerade. Da war Christian Kostow übrigens auch dabei. Da war es so, dass sie immer einzeln auf die Bühne gekommen sind und dann eben sich so ein bisschen inszeniert haben. Und das wird richtig spannend zu sehen, wie sie das in Lissabon machen. Aber fragen wir erst mal unsere Experten. Bones ist wirklich ein richtig, richtig schöner Titel. Und was mir richtig gut gefällt, ist, dass es eben nur dieses spärliche Video gibt. So kleine Hinweise auf die Typen, die da auf der Bühne stehen werden in Lissabon. Das ist nämlich ganz spannend. Also heutzutage in Zeiten der sozialen Medien weiß man ja immer schon alles. Wie sehen die aus? Wie leben die? Wie sieht das auf der Bühne aus? Wie singen die live? Hier weiß man nichts. Bulgarien im letzten Jahr schon zweiter Platz. Und in diesem Jahr, wer weiß. Also ich glaube, das ist wirklich einer der besten Titel, weil er unheimlich modern ist. Zeitgemäß eine gute Melodie. It's either going to be haute couture or it's going to be Halloween. Like, there's a fine line and I think so far so good, but we need to see the staging. It's haunting though, you've got to admit. Yeah, but so is Halloween. No, honestly, I think they look great, but I don't know, sometimes when people pieced together groups from different countries. There is harmony. Yes, but I don't know if it's forced harmony or real harmony. Who cares? It's a great track. Ich finde den Song gut, ich habe aber das Gefühl, es müsste am Ende nochmal irgendwas passieren und es fehlt so dieses letzte Quäntchen vielleicht, dass es am Ende ganz vorne landen könnte. Also Bulgarien ist das neue Schweden, möchte ich hier fast behaupten. Bulgarien das neue Schweden. Die haben einen guten Run. Also die letzten beiden Platzierungen ganz weit vorne, das gab es vorher so nicht. Modern. Modern. Ja, ich meine, das mag natürlich vielleicht auch an dem Produzententeam liegen, was dahintersteckt. Symphonics heißen die. Die haben Christian Kostoff produziert und ich glaube auch Polygenova, da waren die auch schon dabei. Und das hat natürlich sehr, sehr tolle Plätze in den Top Five für die Bulgaren beschert, was es vorher so nicht gab. Ja, ich glaube einer der Sänger, Trey Kempel, ist sogar auch Teil des Songwriter-Teams. Und ich glaube, ein Kandidat auch, Cesar Samson aus Österreich, entschuldige, dass ich so... Ich wollte auch, ich glaube, sie hatten ja wieder ihr Finger bei Conchita im Spiel. Ja. Also es ist eine von diesen, es gibt ja so ein paar Songwriter-Kollektiven beim ESC, die die ganzen Songs schreiben. Oder nicht die ganzen, aber einige. Und Symphonics gehört auch dazu, weil bis jetzt liefern sie wirklich, wirklich gute Songs ab. Das stimmt. Mal gucken, wie ihr das seht. Ich habe eben schon so ein bisschen mitgelesen. Paul Kepler schreibt, ich finde den Beitrag einfach super, sehr modern, stilvoll und die Harmonien sind unheimlich schön. Einer meiner Favoriten dieses Jahr und zum Glück auch live sehr überzeugend. Celeste schreibt, das wirkt mir alles zu plastisch und gestellt ist für mich nicht das authentischste Paket und wird deshalb nicht so gut wie Poly und Christian abschneiden, denke ich. Ja, aber hier bei Fridge Magnet kommt es auf die Bühnenshow an, wie sich der Song dann so entwickelt und ob er ihn umhaut oder nicht. Und Mega schreibt, nicht schlecht, aber erinnert mich zu sehr an Skeletons. Würde mich nicht wundern, wenn in Lissabon ein Pferd über die Bühne läuft. Wenn es dann dürfte. Mega JK97 schreibt, Stefan hat eben kurz vorne gelegen. Oh, wirklich? Nein! Not over. Ich mache doch meinen Triumph über dich schon. Also wir können noch ein bisschen weiter. Es ist richtig spannend, die Diskussion nachzuverfolgen. Für mich ist der bulgarische Song ein Meisterwerk, schreibt Bulgaria 12 Points. Ich musste mich erst reinhören, aber mit jedem anderen fand ich es besser. Er haut mich echt um 12 Punkte. Und schreibt, sehr gut gemachter Radiopop aus Bulgarien, absolut massenkompatibel, aber kein Sieger meiner Meinung nach. Irgendwas fehlt da noch und das Lied könnte genauso auch als Schweden, Belgien, Tschechien oder sonst wo kommen. Mhm. Tja. Ja, also ich finde, es kommt ein bisschen auf die Stage-Performance an. Man weiß einfach noch nicht, wie es auf der Bühne ist. Bei den beiden, also bei, oder bei den beiden, ich glaube in Israel waren sie ja nicht, aber in Amsterdam und auch in London, wo sie gesungen haben, da war es gesanglich 1A. Aber das kann man natürlich nicht vergleichen mit dem, was dann in Lissabon passiert. Es gibt Sascha Jean-Baptiste, die auch mit Christian Kostol letztes Jahr gecoacht hat, die Choreografin, die diese Performance entwickelt. Und ich bin mir sicher, mit den Lichteffekten auch, die man in Lissabon einfach hat, mit den Möglichkeiten einer reduzierten Bühne und 5 Sängern, die alle toll singen können und auch alle so im Song schon eingesetzt werden können, wird das visuell sehr eindrücklich. Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn die auch so wie bei dem letzten Auftritt, den man gesehen hat, so einzeln auf die Bühne kommen, das kann schon im Gedächtnis bleiben. Und sehr besonders ist ja auf jeden Fall der Song. Es ist richtig toll, dass er dabei ist und sehr schön, dass Bulgarien wieder so einen guten Hit abgeliefert hat. Wir haben jetzt leider gar keine Kommentare zu dieser Konstellation. Doch, warte mal, hier, Dodo schreibt, man hat bei Bones das Gefühl, in einem spannenden Science-Fiction-Film zu sitzen, der einen von Anfang bis Ende festhält, ein sehr gelungenes Experiment. Oder hattest du das gerade vorgelesen? Nein, ne? Ne, aber so richtig jetzt zu dieser Casting-Band haben wir jetzt nicht gesprochen. Ich fand das ganz interessant, dass einer der beiden Amerikaner ja schon so lange im Showgeschäft ist, ich glaube schon seit er 14 ist, macht er Musik und er war unter anderem mit NSYNC auch schon unterwegs. Also der kennt auf jeden Fall das Leben in einer Gruppe und wird sich da wahrscheinlich perfekt einfügen. Ja, sind einfach Profis. Und ein bisschen neidisch kann man ja auch auf ihn sein. Wie cool ist das denn, dass der mit NSYNC unterwegs war. Ja, gucken wir auf die Punkte. Gucken wir auf die Punkte. Wie viele Punkte hast du gegeben? Warst du mal nett? Ich glaube, ich war sehr nett. Du warst noch netter. Ja. Ach ne, sehr nett war ich nicht. Sechs Punkte ist ganz schön wenig. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Ja, genau. Zehn Punkte finde ich besser. Und ihr habt Bulgarien 8,4 Punkte gegeben. Ja, ich weiß nicht. Wer für Portugal dieses Jahr für den ESC antritt, der hat es nicht einfach, denn der oder beziehungsweise diejenige muss in die Fußstapfen von Salvador Sobral, dem ESC-Gewinner treten. Mit welchem Lied soll man denn da antreten? Vielleicht mit einer ruhigen, leisen, persönlichen Geschichte. Und das macht Claudia Pascual. Sie erzählt die Geschichte über ihre Großmutter, über den Verlust, den sie spürt, seitdem die nicht mehr bei ihr ist. Und vielleicht wird sie ja jetzt auf der Bühne in Lissabon ganz nah bei ihr sein, wenn sie mit Oja die für Portugal antritt. Und vielleicht wird sie ja jetzt auf der Bühne in Lissabon ganz nah bei ihr sein, wenn sie auf der Bühne in Lissabon ganz nah bei ihr. So much water is a male, my God. Würdest du gerne über das Lied jetzt sprechen? Ja, aber wir müssen einmal kurz über die Kleidung sprechen. Also das habe ich auch das Erste, was ich gedacht habe, als ich das gesehen habe. Das Neglige ist schon gewöhnungsbedürftig. Du hast auf das Neglige geachtet, ich habe auf die Zwangsjacke geachtet, mit der sich dann, das ist die Komponistin Issaura heißt die, die das Lied komponiert hat, mit der sie sich dann so reindreht in das Lied. Ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht nochmal das Outfit dann überdenken sollte in dem Fall, weil ich finde das schon sehr ablenkend. Von der Geschichte, denn die ist ja wirklich sehr, sehr schön. Ja, erzählen wir gleich. Erzählen wir gleich. Was meinen denn unsere Experten? Ja, 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 zwei Gläser Wein, dezente Beleuchtung und eine runde Heavy Petting auf dem Sofa. Dafür ist der Song wie gemacht. Ich habe auch so eine Playlist auf dem Handy, die heißt Badewanne. Und da wird dieser Song definitiv reinkommen. Ich weiß nicht, das ist so entspannt. Ich finde es schon sehr gut. Der Song soll hypnotisch wirken, hat eine Melodie, die immer wieder wiederholt wird. Immer wieder die gleiche Melodie. Also die Hypnose tritt aber irgendwo nicht ein, sondern man wird ein wenig müde. Ich weiß gar nicht so genau warum, aber Portugal finde ich ein total schönes Lied. Hat auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert. So ein schöner Song. Das gefällt mir. Das ist jetzt kein Disco-Schlager, aber das ist ein schönes Lied, was man sich gerne anhört. Das ist wirklich reduziert auf den Song und auf sich und auf die künstlerische Darbietung. Top. Sehr sphärisches, experimentelles, was man so beim Song Contest eigentlich nicht vermuten würde. Das ist ein Lied, mit dem sich die Gastgeber auf jeden Fall nicht verstecken müssen. Ich verstehe das Werk nicht, aber ich muss sagen, ich habe auch den Siegersong von 2017 nicht verstanden. Das war mir auch zu hoch. Vielleicht bin ich einfach intellektuell nicht in der Lage, mit meinem einfachen Realschulabschluss dieses Lied zu deuten. Also von daher müssen andere für mich machen. Ja. So viel gibt es da gar nicht zu deuten eigentlich. Es geht um Sehnsucht auch wieder. Sie vermisst die Großmutter. Sie singt über den Garten, Ujadim, den Garten, den sie jetzt sozusagen weiter pflegt, wenn die jetzt vor die Oma nicht mehr da ist. Also es ist natürlich wirklich eine ganz, ganz berührende Geschichte, die Sie da sind. Es ist auch ein schöner Song. Ich finde, er ist schon sehr zurückgenommen, aber wunderbar produziert auch wieder, modern produziert, elektronisch, aber trotzdem mit ein bisschen Saudade. Und passt auf jeden Fall. Es ist ein guter Song für Portugal. Ich glaube nicht, dass er jetzt Platz 1 bis 5 wird. Dazu ist er, glaube ich, zu unauffällig. Aber er ist auf jeden Fall was, wo man sich als Gastgeber mitschmücken kann. Ja, und das ist auch wieder so ein bisschen vielleicht auch der Salvador-Moment, ja, wo man sozusagen mit einer ganz, mit einem Moment der Stille versucht aufzufallen. Das wird natürlich in diesem Jahr nicht nochmal so reproduzierbar sein, aber wenn ich mir jetzt gerade die Lieder angucke, die wir so gesehen haben, da sind natürlich, da fehlen so ein paar Sachen zum Durchatmen. Wobei, die sind natürlich gar nicht im ersten Halbfinale dabei, die sind jetzt nur bei uns im ersten Songtrack dabei, weil Portugal natürlich als Gastgeberland direkt ins Finale kommt. Ja, also, wenn man sich den Vorentscheid in Portugal, Portugal hat ja einen relativ großen, populären Vorentscheid durchgeführt und Halbfinals auch, da gab es auch ein bisschen Drama. Ich glaube, ein Favorit ist ausgestiegen nach massiven Plagiatsvorwürfen. Fand ich auch, dass das aber der Song war, der eigentlich das am meisten verdient hat, weil er eben, also, es gab viel Fado, es gab viel... traurige Musik und der ist... Der ist fröhlicher. Nein, aber er ist besonders und interessant. Ja, was meint ihr? Ja. Liebevoll, blumig und entspannt. Ich hoffe, die beiden, dass die beiden in die Top 15 kommen, schreibt ESCVG. Erik schreibt, um es mit Peter Urban zu sagen, bei mir ist die Hypnose eingetreten, sehr atmosphärisch, magisch und fesselnd. Robert, gefällt mir nicht, klingt wie undefinierbares Gesäusel, sehr schade. Ich habe es froh, schreibt, klingt stark nach Teardrops von Massive Attack. Ein bisschen habe ich da auch dran gedacht, weil ihre Stimme so ähnlich ist, wie die sie singt von den Cocktoe Twins oder so, die den Song singt. Also, das ist ein guter Vergleich. Mr. Eick schreibt, wenn Portugal mit guten Liedern antrat, wurden sie niedergestimmt. Präsentieren sie so einen Mist, wird es überbewertet. Verstehe jemand den ESC. Ich habe mir den portugiesischen Freundschaft angeschaut. Die Menschen dort sind sehr warmherzig und sie lieben melancholische und minimalistische Lieder. Ja, das stimmt. Aber hier, Erik hat noch was geschrieben. Ich hätte ja nicht gedacht, dass Portugal nochmal so ein Meisterwerk raushaut. Aber wow, das Lied ist echt der Hammer, könnte dieses Jahr gleich wiederklappen. Ja, ich glaube, es ist nicht so magisch wie Salvador. Das war, also diese Stimmung, die damals geherrscht hat, nochmal, auch in der Halle und wenn er gesungen hat, die nochmal, glaube ich, zu wiederholen, das ist sehr schwer. Ja, aber, ja, wer weiß, lassen wir uns überraschen. Ja, lassen wir uns überraschen. Ich war auch ganz überrascht von euren vielen netten Kommentaren. Nicht nur zu den Liedern, die wir uns angeguckt haben, ich muss jetzt hier nochmal scrollen, das ist so viel gerade gekommen, sondern auch zu unserem Studio. Das scheint vielen von euch sehr zu gefallen und auch unser neues Konzept scheint jedenfalls hier bei denen, die schreiben. Lena zum Beispiel schreibt, bis jetzt musste ich mich noch nicht fremdschämen bei eurer Sendung Hut ab. Musstest du dich schon fremdschämen? Über mich selbst vielleicht ein bisschen. Ja, aber sonst bei dir natürlich nicht. Spallmann schreibt, kann Stefan überhaupt Ukulele spielen? Ein bisschen. Hast du das nicht gerade gehört? Er hat doch schon mal so ein bisschen. We've all got a choice we can make. It's always a choice we can make. Aber wir wollen die schöne Stimmung nicht zerstören. Dann gehen wir sie mal wieder weg. Hier, SRW Eurovision schreibt Stefan, das tut mir so leid, nächstes Mal spamme ich Herzen. Und Johannes schreibt, ich finde den neuen Songcheck total super mega sympathisch, wie ihr beide eure Meinung dazu gebt. Bin die nächsten drei Male gerne wieder dabei. Vielen Dank. Das freut uns natürlich sehr, denn wir haben auch hart daran gearbeitet, dass es euch gefällt und dass unser neues Konzept nicht alles umkrempelt. Sondern einfach schöne neue Elemente ergänzt und Gutes, was sich bewährt hat, eben auch beibehält. So, und ich glaube, wir sind durch. Ja, wir sind durch auf jeden Fall mit dem ersten Teil der Lieder, die wir uns gemeinsam mit euch angucken wollten. Aber vorher wollen wir natürlich noch wissen, wie viele Punkte kriegt der in Portugal von euch und von uns, von dir, von mir. So schnell kommst du mir hier nicht davon, Stefan. Wie viele Punkte hast du gegeben? Ich habe sechs Punkte gegeben. Ich auch. Und unsere Community, die hat sogar noch einen oben drauf gelegt. Die gibt für Portugal 6,8 Punkte. Ich habe sechs Punkte gegeben. Das ist doch so eine schöne Stimmung. Ja, stimmt. Wir haben gerade eben noch über Portugal und über den Herzchenstand diskutiert. Deswegen bin ich auch schon ein bisschen bedrückt. Nein, ich glaube, wir liegen die ganze Zeit gleich auf. Wir haben gerade gehört von unserer Redaktion, dass ihr über 300.000 Herzchen vergeben habt. Also da hat jemand den Finger ganz oft. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die abgestimmt haben. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das sind wirklich sehr viele. Mehr Einwohner, fast so viele Einwohner wie meine Heimatstadt Bielefeld. Wahnsinn. Immer diese Bielefeld-Vergleiche. Aber jetzt, ich bin total gespannt. Ehrlich gesagt, es kann sich ja alles noch geändert haben. Du hast ja irgendwann mal vorne gelegen. Ich bin sehr gespannt, wie das Endergebnis ist, Stefan. Und ich habe auch ein bisschen Angst. Ich glaube, du hast gewonnen. Weil diese Redaktion, die ist mit allen Wassern gewaschen, wirklich. Bist du soweit? Ja, los geht's. Liebe Redaktion. Bitte gebt uns das Ergebnis. Ich bin wirklich, ich dachte vorher, ich wäre nicht so nervös. Das ist so schrecklich. Oh Gott, sie haben sogar einen Countdown gemacht. Oh Gott, diese Hunde. Nein, 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 nein. Höher, höher. Was? Oh, so knapp. Oh nein, oh nein. Komm, aber das ist wirklich sehr knapp. Ja, ist sehr knapp. Oh nein. Es tut mir sehr leid. Vielen Dank für eure Herzen. Aber was bedeutet das jetzt überhaupt? Was musst du machen? Es sind Dirk und ich wahrscheinlich ins Spiel. Hallo Marcel. Hallo Alina, hallo Stefan. Hast du da die ganze Zeit hinterm Vorhang gewartet? Ich stand jetzt 90 Minuten hinter diesem Vorhang und habe diese Umschläge dabei gehabt. Denn das sind natürlich die Umschläge der Wahrheit für euch beide. Beziehungsweise für dich, Stefan. Aber ich stand nicht umsonst da. Natürlich habe ich euch noch ein Fun-Fact mitgebracht. Ihr habt vorhin so über den armen Ari Olason gesprochen in Island. Das ist nicht schön. Dabei wird Ari jetzt sicherlich auch ganz Island wieder hinter sich haben. Der isländische Sender hatte im letzten Jahr eine ESC-Einschaltquote von 98 Prozent. Und das, obwohl sie nicht mal im Finale waren. Das ist ja wie in Nordkorea. Ja, alle zwei Isländer haben eingeschaltet. Und ich bin mir sicher, auch wir kriegen so eine Quote mit dieser Bestrafung. Dein Umschlag, Stefan. Ich gehe wieder hinter meinen Vorhang. Das ist Marcel, unser ESC-Volontär. Vielen Dank für all die Infos und für die schönen Strafen. Ich habe schon mal gelesen, singen. Das ist schon mal nicht so schlimm. Was musst du machen? Lies es vor, bitte. Oh, das ist aber eigentlich... Singe in der nächsten Song-Check-Sendung den Refrain des finnischen Beitrags Monsters von Sara Alto. Aber so wie Sara Alto den singen würde. Monsters na 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 na. In der nächsten Sendung. Machen Sie aber zum Schluss, dann können alle schon abschalten, die sich nicht mehr ertragen. Okay, in der nächsten Sendung. Eine kurze, ernsthafte Sache. Ja, tatsächlich. Uns brennt noch was unter den Medien, was wir gerne loswerden möchten. Ihr habt sicherlich schon gehört heute in den Nachrichten. Überall war es groß. Conchita Wurst hat angekündigt, dass sie seit langen Jahren HIV-positiv ist. Und jetzt wollte ein ehemaliger Freund von ihr das öffentlich machen, also hat sie das selber öffentlich gemacht. Wir wollen da gar nicht so viel zu sagen, aber den Instagram-Post, wo Conchita darüber geschrieben hat, den finden wir sensationell gut, richtig toll, wie sie damit umgeht. Und ich finde, sie hat dadurch wieder ein Zeichen gesetzt gegen die Stigmatisierung von Menschen einfach. Also, lesen euch durch, gebt einen Like, hat er verdient. Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr mutig und sehr offen. Und das ist sicher nicht einfach für sie gewesen, aber sie will sich diesem Druck nicht aussetzen. Und von daher Hut ab, Conchita. Wir senden dir all unsere 300.000 Herzchen, die wir heute von der Community bekommen haben. Und von denen bekommst du sicher auch gleich noch viel, viel mehr Herzen. Also liebe Grüße an der Stelle aus Hamburg. Und an euch können wir nur sagen, vielen Dank für diesen tollen ersten Songtrack mit euch. Vielen Dank, dass ihr so viel mitkommentiert habt, dass ihr so lustige Kommentare uns auch geschickt habt. Wir hatten hier sehr viel zu lachen mit euch und freuen uns schon sehr auf den zweiten Songtrack. Der ist ja schon bald. Da kommt Alexander Rüberg. Da kommt Alexander Rüberg hier auch hinterm Vorhang raus. Am Mittwoch ist es soweit, seid wieder mit dabei. Bis Mittwoch um 20 Uhr. Tschüss. Am Mittwoch um 20 Uhr. I love the silence and the clear horizon and I got it all from you Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face And every little thought will lead me right back to you I was born from one love of two hearts We were three kids and a loving mom You made this place a home, a shelter from the storm You said I had one life and a true heart I tried my best and I came so far But you will never know Cause you let me walk this road alone My childhood hero will always be you And no one else comes close I thought you'd lead me When life's misleading It's when I miss you most Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face And every little thought would lead me right back to you I was born from one love of two hearts We were three kids and a loving mom You made this place a home, a shelter from the storm You said I had one life and a true heart I tried my best and I came so far But you will never know Cause you left me walk this road alone Cause you left me walk this road alone You said I had one life and a true heart I tried my best and I came so far But you will never know Cause you left me walk this road alone I said I could walk this road alone I thought I could walk this road alone Even when I took care of myself The decisions you make made things like Like, you will never know Many Starts andasanasanasanasanasanasanasanasa